Musik Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. verdammt dicht dran. So, aber wir erwarten die Emma Maersk und ich kann euch auch gleich ein bisschen was zu dem Dampfer erzählen. Wir haben heute mal einen anderen Standort gewählt, ganz einfach deshalb, weil wir ein bisschen mehr schon in die Elbe blicken können, also nach rechts. Wir können aber auch weiter nach links gucken und um 18 Uhr erwarten wir ja noch die Athania und hoffen, dass wir das alles so ein bisschen besser erwischen. Nachteil ist, wir stehen hier wirklich direkt im Sand. Ja, kann also sein, dass das Stativ ab und zu mal so ein bisschen abrückt oder nachrückt und dann das Bild einfach etwas schief ist. Also wisst ihr schon mal, wo das gegebenenfalls herkommt. Okay, ja erstmal schön, dass ihr schon wieder so zahlreich hier vertreten seid. Lieber Gruß geht auch rüber nach Finkenwerder, denn der liebe Thomas von Fluggesellschaft, der ist heute da drüben am streamen, macht ein bisschen was für die Planespotter, hat da glaube ich ein Beluga vor die Nase bekommen und es könnte sein, dass er natürlich auch die Emma Maers kurz vor uns erwischt hat, denn er kann da so leicht über die Start- und Landebahn rüber filmen, also er wird die höchstwahrscheinlich im Hintergrund gesehen haben. Also eben kam auch noch irgendwie ein Flieger hatte ich gesehen und weißt du, wer da links kommt, das könnte doch unser Freund sein, oder? Willi! Willi! Unfassbar! Auf Willi ist Verlass! Ich wink gleich mal Willi, vielleicht hört er uns ja. Willi kommt von Backbord. So, aber erstmal die Emma Maersk. Wir haben ja gleich noch ein bisschen was von ihr, weil sie ja direkt vor uns drehen wird. Also müssen jetzt hier keine Hektik aufkommen lassen. Na ja, es war schon hektisch genug heute, oder? Es war eben ein bisschen hektisch. Ich gebe es ja zu. Und wenn ich merke, dass die Zeit irgendwie so ein bisschen rennt, dann werde ich komischerweise immer ein bisschen nervös. Ja, die Emma Maersk, 2006 gebaut. Es gibt insgesamt acht Schiffe von dieser Klasse. Ist 397 Meter lang und 56 Meter breit. Erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von sage und schreibe 26 Knoten. Das ist wirklich amtlich, kann man sagen. Fährt unter dänischer Flagge. Willi hat doch wieder Mucke an. Willi hat wieder Mucke an, jawohl. Geil. Dann gehen wir doch erstmal gleich. Ja, Willi kriege ich hier in der Frontkamera gleich. Ursprünglich hatte die Emma Maersk eine Kapazität von 4770 Toy. Sie wurde aber 2016 nochmal ein bisschen umgebaut. Da wurden nochmal die Laschbrücken und die Aufbauten ein bisschen höher gemacht. Und jetzt hat sie eine Kapazität von 17800 Toy. So, Willi kommt. Willi, hallo. Da ist Willi. Vielleicht hört ihr die Musik ein bisschen. Gleich wird das Licht auch besser, wenn sie erstmal hier auf unserer Höhe ist. Ja, also die wurde nochmal etwas umgebaut und die Kapazität erhöht auf 17.800 Toy. Sie hat insgesamt 1000 Anschlüsse für Reefer-Container. Und die Maschine leistet satte 80.080 kW. Das sind über 108.000 PS. Also das finde ich schon ganz beeindruckend. Das ist ein 14-Zylinder-Motor und die Bohrung eines Zylinders hat einen Durchmesser von 76 Zentimeter, also knappen Meter. Der Hub eines Zylinders beträgt 2,50 Meter. Also es sind einfach gigantische Zahlen, die natürlich auf andere Schiffe dieser Größenordnung übertragbar sind. Nur hier konnte man es sehr schön im Internet recherchieren. Ja, 14 Zylinder hatte ich schon gesagt und sie kommt auf schlappe 25.320 Liter Hubraum. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Also soviel erstmal zu den Zahlen Emma Meers. So, die Kamera sackt tatsächlich immer so ein bisschen nach, also das Stativ hier im Sand. Ja, aber auch Willi ist irgendwie Verlass, oder? Willi ist immer an Bord. Willi ist immer an Bord. Der muss auch mal herkommen. Willi ist immer dabei. Ja, und gleich wenn die Emma Meersk hier rüberkommt und hier gewendet wird, dann können wir auch mal ein bisschen nach links schwenken. Denn da wird schon der Kai vorbereitet für die Taufe der Berlin Express. Das heißt, da wird schon dekoriert, die wird ja morgen nochmal umgelegt. Wir sehen sie auch von hier aus gleich. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier den Schlepper an, der vorne vor dem Mersk ist. Jetzt sind wir wirklich komplett gegen die Sonne. Aber gleich wird das nochmal ein bisschen besser. Hier ist doch richtig was los am Elbstrand. Ja, richtig schönes Wetter nochmal. Ab morgen soll ja der Regen kommen. Und ich glaube, gleich wird auch nochmal ein Kandidat durch das Bild. Die hatten wir auch noch nicht, oder? Die Happy River. Oder? Ein Bananenboot, würde ich mal sagen. Könnte sein. Geht als Banane durch, oder? Ja. Ja, ich müsste gleich hier ins Bild fahren. Thomas fragt, ob Ebbe oder Flut ist. Also es ist Flut, aber richtig Flut. Also wir sind hier wirklich ganz dicht am Wasser, würde ich mal sagen. So, da fährt die Happy River. Und wird jetzt hier ein ganz schönes Schiffchen, finde ich. Ja, sie wird jetzt hier auch die Mersk treffen. Willst du mal ein Foto machen, dann mache ich Kamera. Nö. Aber wieder wartet Latsch uns keiner durch die Kamera, ne? Die gehen da irgendwie nicht so wettlich vorbei. Auch wenn da mal einer durchlaut, ist auch nicht so schlimm. So, der Lotse kommt auch noch. Der geht wahrscheinlich jetzt auf die Happy River. Und der macht aber einen ganz guten Stunt, ne? Und falls das Niklas ist, der gerade Dienst hat, dann fährt der uns jetzt hier gleich auch noch durchs Bild. Na, besser kann es doch gar nicht kommen. So viel Beifangen, herrlich. Ich kämpfe nur gerade mit der Belichtung. Aber wenn der jetzt hier gleich das Bild läuft, dann hat er was zu lachen. So, da wir jetzt wirklich ins ganz schlechte Licht fahren, drehe ich mal zurück hier auf die M-A-Mersk. Die wird jetzt gleich hier zum Wendemanöver ansetzen. Ich habe das Gefühl, das Wasser geht schon wieder ein bisschen zurück. Kann das sein? Ja, das hoffe ich. 16.33 Uhr ist Hochwasser, allerdings St. Pauli. Das kann sein, dass es hier etwas eher war. Die Fio schreibt, Niklas hat doch Spätschicht diese Woche. Also wird er es höchstwahrscheinlich sein. Ich würde dir eine Kiezmische anbieten, aber ich glaube, das lasse ich lieber, ne? Ja, wir warten noch im Moment. Fairplay 9 assistiert vorne. Fairplay 9 assistiert vorne. Ja, Michael schreibt, die CMA-CGM-JUX-HD kommt auch noch. Genau, die ist direkt hinter der M-A-Mersk. Die müsste so circa eine halbe Stunde später kommen. Und die wird auch genau hier drehen. Und um 18 Uhr soll auch noch die Artania kommen. Ich werde euch gleich mal zeigen, welchen Blick wir hier elbaufwärts haben in Richtung Landungsbrücken. Also ich glaube, der Standort, der könnte ganz nett sein für so einen gemischten Stream aus Containerschiffen und Kreuzfahrern. Aber was die Zuschauer ja nicht wissen, hier runter ist richtig Treppengesteige. Die Treppe, die hier runter geht, heißt auch Himmelsleiter. Ich weiß nicht, ob wir das nachher vielleicht auch nochmal eingefangen kriegen. Ja, wenn wir nachher ein bisschen Zeit haben, gucken wir uns hier mal etwas um. Das ist richtig Geschleppe. Runter geht es noch, aber hoch ist die Hölle, ne? Also bereitet euch auf einen schönen Stream vor. Das Wetter ist super. Es kommen ein paar Schiffchen. Wir haben nicht vor, nach einer Stunde hier schon wieder auszuschalten. Also wir werden im Moment bleiben. Außerdem bin ich ja dabei und das ist ja ein Garant für Überstunden. Genau. Und eventuell wollte der Thomas, wenn er fertig ist, in Finkenwerder auch noch rumkommen. Dann haben wir noch einen Gas. Wolfgang fragt, ob Niklas ausschließlich das Rosahügeleisen fährt. Also das ist wohl so. Wir haben ihn eigentlich immer auf der Ron gesehen, die Wilhelmsburg. Und irgendwann meint er auch mal, das wäre die schönste Fähre. Also scheint das ja sowas ähnliches wie seine Stammfähre zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass da auch mal gewechselt wird. Je nachdem. Vielleicht ist mal eine Fähre kaputt oder muss mal gewartet werden. Dann wird da durchaus mal getauscht. Aber das scheint doch sein Stammhügel zu sein. Aber die richten sich bestimmt da oben auch so schön ein in ihrer Führerkabine. Oder wie man das sagt? Ja, natürlich. Ein Führerhaus? Ein Führerhaus, ja. Ja, im Hintergrund seht ihr die Berlin Express. Die haben sie schon ordentlich abgeladen. Also da sind schon eine ganze Menge Container runter. Die wird allerdings dann für die Taufe wieder schick gemacht. Dann kommen wieder schön orange Container, zumindest nach außen. Die Räder reinmachen das ja ganz gerne, dass sie dann nur außen die orangen Container stapeln. Denn in den seltensten Fällen guckt da einer von oben rein. In den seltensten Fällen. Es sei denn, es kommt einer mit der Drohne vorbei. Aber da wird doch bestimmt dann auch einiges an Drohnen fliegen zur Taufe. Ja, ja, ich weiß das nicht so genau. Denn, ähm, ähm, okay, warum nicht? Also, denn, äh, es kann natürlich auch sein, dass so eine Taufe einfach aus Sicherheitsgründen mit der Frau des Bundespräsidenten und so weiter, dass da ein Flugverbot herrscht. Aber das ist eine wirklich schöne Perspektive hier unten, ne? Also, wenn die Schiffe gedreht werden, ist das echt klasse. Ja, man muss ja öfter mal was Neues ausprobieren, man diskutiert natürlich vorher, ist das gut, ist das schlecht mit dem Standort, aber im Endeffekt muss man es halt einfach mal testen. So, Niklas scheint auch im Chat zu sein, der schreibt gerade, ist so ein festes Schiff. Niklas, nochmal die Frage an dich, hast du gerade auch Dienst? Bist du an Bord? Haben wir dich eben gesehen oder sitzt du zu Hause? Kannst du mal kurz auf die Kamera ein klein wenig achten? Ja. Vielleicht darf ich ja mal hier ein Foto machen. Also wegen mir darfst du das gerne machen, das Foto. Und die Zuschauer müssen da ja auch das nehmen, was ich hier verbocke an der Kamera, die können ja nicht anders. Genau. Dann können wir hier auf die zweite Kamera gehen, dann sieht man vielleicht den Paddler, der hier gerade einmal durchs Bild fährt. Ah, Niklas schreibt gerade, er ist an Bord, letzter Tag vorm Urlaub. Freuen wir uns natürlich, dass wir Niklas dann hier heute nochmal im Stream ein bisschen haben. Und jetzt freuen wir uns auf eine richtig schöne Frontperspektive. Ich hoffe, dass wir uns das Schätzchen richtig frontal hindrehen. Von der Perspektive aussieht man das auch sonst immer vom Buben der Ufer wieder dahinter den Bäumen verschwindet, ne? Genau. Hier sehen wir ja, wie wenn sie noch reingezogen wird. Ja. Also wir haben länger was von dem Schiff. Mike Fassbender schreibt, er liebt unseren Kanal. 5,99 für ein Fischeis. Oh, vielen Dank. Ich hätte gern zwei Kübeln, einmal Räucheraal und Schinken. Oder Mattjes. Oder Mattjes. Räucheraal und Mattjes, lecker. Oh, ein schönes Mattjes-Eis. Okay. Da müssen dann noch so richtig schöne kleine Stückchen von Mattjes drin sein, ne? Guck mal, das Schöne ist, da wir jetzt am Strand sind, wir stehen ja auf Wasserhöhe. Also gut, die Kamera ist jetzt ungefähr 1,80 Meter darüber. Aber trotzdem, wir haben halt hier schon echt eine mega Perspektive. Und jetzt guckt euch mal das Licht an von der Seite. Schatzkamera, ich Foto. Boah, das ist doch eine mega Perspektive, oder? Das ist echt krass. Ja, so hatten wir das auch noch nicht, ne? Nee. Hammer! Ich hoffe, ich fange das hier gut ein mit der Kamera. Das Problem ist, ich kann auch überhaupt nichts hin. Das ist so heavy. Ein bisschen weiter nach links kannst du gehen. Mach grad die Fotos und dann bin ich wieder da. Also, dass ich das so ganz frontal jetzt drauf habe. Ich wollte den Schlepper da noch ein bisschen mit haben. Ich komme. Es ist aber echt hell, ne? Es ist echt verrückt. Super hell. Ja, schöne Perspektive, so leicht von unten. Ja, und es sind auch schon wieder viele bekannte Gesichter hier. Ich größe euch alle, wenn ihr jetzt eingeschaltet habt. Wir sind jetzt seit 24 Minuten auf Sendung. Und heute haben wir tatsächlich mal eine richtige Punktlandung hingelegt. Fast schon ein bisschen zu Punkt, würde ich sagen. Da hinten sind Peter und Michel. Unsere beiden Lieblingsschlepper. Das ist aber lieb von euch. Danke. Wir probieren ja immer ein bisschen den Chat mitzulesen. Aber auch das ist schwierig, weil es echt hell ist, ne? Ja, also wir können kaum die Displays hier ablesen. Aber es wird ja besser, je mehr die Sonne untergeht. Aber guck mal, Mimis Chill-Out-Lounge. Hat uns auch noch mal zwei Euro für das Eis rausgehauen. Für das Eis. Ja, danke schön. Danke. Vielen, vielen Dank, Mimi. Ich hoffe ja, dass der Eisverkäufer mit seinem Bauchladen hier gleich vorbeikommt, ne? Ja, die Strandperle ist ja nicht weit von hier. Ach, und das heißt, du überlegst schon, dass du mich da hinjagst und ich dir irgendwas hole? Ne, ist klar. Ja, wahrscheinlich gehe ich ja selber, da ich nämlich gleich mal irgendwann auf Toilette muss. Und die Möwen sind auch schon wieder da, wo sich die Schlepper bewegen. Das ist ein wirklich schönes Bild. Alexander Scherer ist auch dabei und schickt einen Gruß aus dem Schwarzwald. Vielen Dank. Liebe Grüße zurück. Der Jensi schreibt, dass das nächste Schiff auch gleich kommt. Ja, ja, die ist nicht weit. Die war auf Marine Traffic, also die kann eigentlich nur eine halbe, dreiviertel Stunde dahinter sein. Im letzten Stream hatten wir ja das Thema Kennungen von Schiffen. Und unser geschätzter Zuschauer Ole Pinelli hat da auch nochmal einen Kommentar geschrieben auf YouTube und das Ganze nochmal rausgesucht. Es gibt im Grunde genommen drei Kennungen bei Schiffen. Es gibt einmal die für das Schiffsregister, das ist auch das Rufzeichen. Das fängt normalerweise mit einer Landeskennung an, also bei Schiffen mit deutscher Flagge fängt das mit einem D an. Bei Schiffen zum Beispiel wie die Maersk, die unter dänischer Flagge fährt, fängt das mit einem O an. Und dahinter kommen dann vier oder fünf Buchstaben. Und das ist im Prinzip die Schiffsregisternummer. Und auch das Rufzeichen. Dann gibt es die sogenannte IMO-Nummer, die findet man üblicherweise am Heck von den Schiffen. Und IMO steht für International Maritime Organization oder Internationale Maritime Organisation. Und dann gibt es noch die MMSI-Nummer und die wird national vergeben. Und das ist im Prinzip eine Identifikation des Schiffes als Seefunkstelle. Die Rippiraten sind auch schon wieder unterwegs. Ja, und ihr seht das, wir können hier so gerade über die Köpfe der Leute hinwegfilmen. Ich glaube, wenn wir uns da wieder ein Stückchen weiter ranstellen, dann geht da auch wieder nicht so viel vorbei. Ja, ja, das geht schon. Das geht schon. Sind auch alle sehr freundlich hier, viele gehen halt hinter der Kamera lang. Aber wer war denn schon mal live im Fernsehen? Ja, Mimmi schickt nochmal zwei Euro hinterher und feiert unsere Videos. Mimmi, viele Grüße zurück nach München. Das ist südlich der Elbe und damit Norditalien. Ja, ganz genau. Ja, ganz genau. Wie schön die Welle kommt. Thomas möchte gerne wissen, wie lange so ein Schiff durchschnittlich hier im Hafen bleibt. Also üblicherweise sind die Liegezeiten so im Bereich von ein bis zwei Tagen. Das kann natürlich auch mal länger sein. Bei der Berlin Express ist jetzt natürlich mit der Tauche eine Ausnahme. Je nachdem, wie viel Ladung halt umgeschlagen werden muss. Aber viel länger als ein bis zwei Tage sind die selten hier. Sebastian meldet, dass die CMA CGM Jacques Sade gerade an Finkenberda vorbeischwimmt. Dann kommt sie ja gleich. Genau, dann wird sie gleich um die Ecke kommen, aber nach da hinten müssen wir eh noch nicht filmen, weil da ist das Licht nicht so wirklich dolle. Also gucken wir uns lieber noch so ein bisschen das Einfahrten von der Emma Maersk an. Rudi ist auch da. Moin Rudi. Moin Rudi. Jason fragt, wann die Taufe der Berlin Express ist. Die ist am Montag. Und ja, während die Emma Maersk da einparkt, kann ich euch auch mal die ganze Szenerie zeigen. Denn ihr seht, da vorne liegt die Berlin Express. Und die wird morgen früh dann noch einmal verholt. Verholen nennt man ja den Vorgang, wenn ein Schiff mit Schlepperhilfe noch einmal umgelegt oder umgeparkt wird. Und dann kommt sie an den Atabasca oder Atabasca Kai. Und das ist nämlich hier die Elbseite. Und da seht ihr schon ganz viele orange Container. Das ist alles schon Dekoration für die Taufe. Also ich glaube, die bauen da auch so ein bisschen Gänge. Weißt du, dass sie die Zuschauerströme und die Gästeströme, dass sie die alle so ein bisschen leiten können. Und genau da wird morgen früh die Berlin Express hingelegt. Richtig schön hier einmal zur Elbe gerichtet. Leider sieht es morgen mit dem Wetter nicht so wirklich gut aus. Aber wie ist denn, hast du einen Plan für morgen? Nein. Natürlich nicht. Aber wenn das Wetter nicht schlecht ist, würdest du denn hierher fahren oder würdest du gucken? Also wenn es nicht regnet, würde ich hier wahrscheinlich spontan herfahren. Aber das Gute ist ja, dass hier dann auch das Wochenende dann noch liegt. Zumindest ein paar Fotos kann man dann machen. Ja, von ganz weit weg sieht man auch schon die CMA CGM Jacques Sardé. Und die CMA CGM Jacques Sardé ist auch 400 Meter lang wie die Emma Meersk. Hat eine Breite von 61 Metern. Und da es ein französisches Schiff ist, mal zum Vergleich. Der Eiffelturm ist übrigens 324 Meter hoch. Also diese Schiffe, sowohl die Emma Meersk, als auch die Berlin Express, als auch die Jacques Sardé, sind alle länger als der Eiffelturm. Hat eine Kapazität von 23.112 Toy und fährt unter französischer Flagge. Und dementsprechend ist auch ihr Rufkennzeichen FLZE. Fängt also mit einem F an für Frankreich. Die CMA CGM Jacques Sardé war übrigens das erste Schiff, das mit LNG betrieben wird. Gab es also damals auch ordentlich Tamtam, als sie das erste Mal hier ankam. Und es gibt insgesamt neun Schiffe von der gleichen Klasse. Und die sind alle irgendwie so nach französischen Sehenswürdigkeiten benannt. Also es gibt zum Beispiel die Champs-Élysées, die Palais Royal, die Louvre gibt es, die Rivoli, dann gibt es die Montmartre, eine Concorde gibt es, eine Trecadero und eine Sabon. Ja und ähnlich wie bei der Berlin Express hat der Propeller einen Durchmesser von rund zehn Meter. Sehr markant an der Jacques Sardé ist der gerade Steven, also vorne am Bug. Da werdet ihr gleich, müsst ihr mal drauf achten. Hier bei der Maersk ist das noch so ein bisschen klassischer. Der geht also erst ein bisschen zurück und dann hat man unten diesen typischen Wulst Bug, den man ja von vielen Schiffen kennt. Und kommt vorne? Genau, sie kommt da gleich schon, aber da hinten ist gerade das Licht furchtbar. Okay. Und da müsst ihr gleich mal auf die Jacques Sardé achten. Wie da der Bug aussieht, der geht nämlich ganz gerade runter. Und das sind im Prinzip alles natürlich Optimierungsmaßnahmen. Bei solchen Schiffen, da wird ordentlich geschraubt, an der Aerodynamik sagt man gar nicht. Heißt das Hydro-Dynamik oder so? Keine Ahnung, vielleicht kann der Chat mal helfen. Also auf jeden Fall wird versucht, den Wasserwiderstand zu verringern. Denn bei solchen Schiffen spart das halt einfach unheimlich viel Treibstoff ein. 18.600 Kubikmeter LNG kann sie übrigens fassen. LNG für alle, die das nicht wissen, ist ja Flüssiggas. Und dafür wird das Gas auf eine Temperatur von minus 160 Grad runtergekühlt. Dann ist es flüssig und hat halt nur noch ein Sechshundertstel des Volumens davon, was es in Gasform hätte. 26 Mann Besatzung und es gibt einen Gas Management Officer auf der Jacques Sardé. Und sie hat insgesamt 2200 Refa-Plugs, also Anschlüsse für Kühlcontainer. Ja, da sehen wir die Berlin Express. Und Maersk ist ja klassischerweise Kunde bei Eurogate und deshalb kommen die also quasi auf die gegenüberliegende Seite. Also von hier aus gesehen ziehen sie die jetzt nach links hinten rein. Und die Jacques Sardé, die wird wahrscheinlich hier direkt vor unsere Nase gelegt. Also die CMA-Schiffe liegen üblicherweise immer vorne auf dem ersten Liegeplatz, beziehungsweise bei der offiziellen Nummerierung ist es der letzte. Ich glaube, also das, was ihr hier rechts seht, da wo alles leer ist, da kommt die Jacques Sardé hin. Das ist, glaube ich, offiziell bei Eurogate, Liegeplatz 5, 6. Rudi haut noch mal einen super Chat raus. Vielen, vielen Dank Rudi. Aber dann sind wir jetzt hier echt so erste Reihe zum Mitschießen, ne? Ja, der Platz ist super. Der Platz? Der ist super. Doch eine gute Entscheidung, hierher zu gehen. Ich war ja so ein bisschen wegen den Treppenstufen, gedacht hab alles runterschleppen. Aber wir haben das kleine Sortiment heute dabei, ne? Der Nachteil ist, wir kommen mit unserem schönen Wollerwagen hier nicht runter, weil das eine ganze Menge Treppen sind. Deshalb mussten wir ein klein bisschen abspecken und haben nur das kleine Besteck dabei. Aber die Getränke sind geblieben, also die haben wir nicht verlinkert, oder? Die sind dabei, das ist auch wichtig. Ich hab ja schon eine Kitzmische getrunken. Wenn ich jetzt noch so ein Petrolöchen trinke, also dann... ...hau ich vielleicht noch ein Seemannsglied raus. Rudi fordert noch ein Horn ein, das gibt es natürlich. Auf jeden Fall. Mensch, wie konnten wir das nur vergessen? Ja, und ihr dürft gerne mal raten, welches Horn das war. Vom Timing her sehr gut, denn jetzt sind die MAM erst gleich da hinten hinter der Berlin Express verschwunden ist. Dann können wir rüber gehen zu der CMA-CGM. Was für ein schöner Tag und so eine schöne Brise hier unten, das ist so herrlich. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie cool das hier gerade ist. Man möchte die Leute eigentlich alle hier so live einladen. Ja, das wär was. Ihr müsst hier einfach mitstehen, das ist so schön. Das wär was. Wolfgang möchte gerne, dass du ihm einen Gefallen tust und ein Pikolöchen kippst. Ja. Das mach ich auf jeden Fall noch für dich nachher. Okay, die Kamera 2 steht gerade ein bisschen komisch, aber ich will jetzt mal rüber gehen hier auf die... Boah. Da haben wir sie hier. Ja, man kann es schon so ein bisschen erkennen, der Bug ist halt vorne ganz gerade. So, ich werde mal so ein bisschen hier nach links schwenken, denn rechts stehen hier doch einige Leute am Strand. Wenn das Wasser gleich zurückgeht, können wir wieder ein, zwei Meter nach vorne umziehen. Ja. 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 Hier ist so ein bisschen im Chat, dass es ein bisschen ruckelt. Kannst du da mal gucken? Also ich sehe jetzt... Oh ja, wir haben gerade, äh, wir haben gerade ein paar Netzprobleme. Ich hoffe, das fängt sich gleich wieder. Und das liegt nicht an dem Pikolöchen, ich schwör. Nee, das ist das Mobilfunknetz, was gerade ein bisschen am spacken ist. Aber das ist halt so, ne? Wenn man mit dem Mobilfunknetz streamt, mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht so gut. Da müssen wir mit leben, da können wir leider nichts dran machen. Das Gute ist, das Schiff haut uns ja nicht ab. Nee. Na? Mimi haut noch mal zwei Euro raus. Oh, jetzt muss aber jetzt mal ein richtig gutes Horn raushauen. Ja, für Mimi gibt es jetzt hier die AIDA-Perle. Ja, wir haben immer wieder jetzt gerade Aussetzer. Im Chat schreibt schon jemand, vielleicht blockiert der Kahn den Sendemast. Also, unmöglich ist das nicht. Kann durchaus sein. Aber ich bin ja begeistert, wie viel Beifunk hier heute fährt, ne? Also, ich glaube, die Branddirektor Westfalt hat gerade abgedreht, die wollte lieber hier nicht vorbeifahren. Aber so kleine Schiffchen, das ist heute hier wieder richtig was los. Aber dann haben wir ja gleich ein schönes Bild, wenn die direkt da jetzt anliegt, ne? Ja, ja, also wenn die gleich hier ins Licht fährt, dann wird das sehr schick aussehen. Dann müssen wir jetzt einmal durchlichtmäßig, aber das gehört halt dazu. Wir können ja schon froh sein, dass es über Tageslicht kommt. Wir können ja froh sein, dass wir überhaupt pünktlich hingekommen sind. Ja, das stimmt. Die Kamera ist auch schon wieder ein bisschen nachgesackt. Was meinst du, lohnt sich das jetzt schon wieder ein Stückchen nach vorne umzuziehen oder lieber noch nicht? Nee, wir warten jetzt, bis die hier vor uns ist. Jetzt umziehen, der Quatsch. Jetzt haben wir ja auch einen Winkel, wo uns keiner mehr vor der Kamera steht. Es wäre doch so schön, wenn man immer einen auf dem Schiff hätte, was ankommt, hier so ein bisschen im Chat schreibt, von der Besatzung, ne? Ja, ja. Das wäre doch klasse, oder? So wie Niklas hier immer durch den Haaren fährt. Niklas ist super. Ich glaube, Niklas fährt hier auch gleich nochmal vorbei. Und wie ich Niklas kenne, gibt es auch noch einen kleinen Gruß. Nein, der hat doch Urlaub. Nein, ab morgen hat er Urlaub. Ach so, ich dachte, der hat... Also eben hat er geschrieben, letzte Schicht vor seinem Urlaub. Ach so, ja. Na dann, dann geht das natürlich. Wieder verkehrt verstanden. Nicht an der Kiezmischel ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Eine Kiezmische und Tanja ist durch. Vielleicht soll die das Pikolöchen doch nicht trinken. Besser nicht. Die kommen mir auch so vor, als ob die mit der Jacques Sardé tacken langsamer unterwegs sind, als zuvor mit der Emma Meers. Jetzt kommt noch eine Fähre. Und Fähren machen erfahrungsgemäß sehr viel Welle am Strand. Ja. Aber es ist ja schon wieder ein bisschen zurückgegangen. Aber ich kann ja mal die eine Kamera hier so ein bisschen auf den Strand richten. Hier kommt noch die Ebba. Dann sieht man das gleich mal. Also da fährt die Fähre und dann dauert das immer ein bisschen klein. Im Moment, bis die Welle hier ankommt. Nämlich jetzt. Let's go. Kissen Curse. So, dann kriegst du nachher eigentlich auch, wenn die vielleicht angelegt hat, dieses Kunstwerk dann noch mal, was da steht doch über das Manneken. Ja, ja, wir werden ja gleich, wenn die hier angelegt hat, dann werden wir weiter nach links filmen. Ein bisschen Sightseeing im Hafen. Genau. Ja, und jetzt sieht man auch schon ganz gut vorne der Burg, der ist also wirklich kerzengerade. Und soweit ich weiß, hat das Schiff gar kein Wulstbuch unter Wasser mehr. Ist ja eigentlich schade, so ein Wulstbuch ist ja dann schön, oder? Wulstbuch ist super. Jeder sollte ein Wulstbuch haben. Na ja, manche haben ja auch einen, ne? So, oberhalb der Gürtel. Ein Wulstbuch. Oberhalb der Gürtel. Ja. So ein richtiger Seemann braucht ein Wulstbuch, finde ich. Das ist richtig. Ja, Toni schreibt, der hat die mal in Cuxhaven fotografiert und findet die Farben toll. Ich glaube, wenn sie sich gleich in die Sonne dreht, dann werden wir auch nochmal richtig schön das Grün und Blau sehen. Also ich finde die Schiffe eigentlich auch ganz schick. Ich bin nach wie vor natürlich Fan der Herberg-Leut-Schiffe, aber die CMA mag ich auch. Der Marvin fragt, wo das Schiff herkommen, weißt du es? Nee, hab ich nicht nachgeguckt. Rotterdam abwerfen könnte sein. Könnte sein, ja. Hier, Jürgen schreibt es auch nochmal, hydrodynamisch heißt es. Also das ist quasi das Wasserpendant zu aerodynamisch. Abfalltelefon-Winkerin Claudia ist da. Hallo Claudia. Und sie hat einmal nachgeschaut. Das Schiff kommt aus Le Havre. Wahrscheinlich ist Le Havre. Wahrscheinlich ist Le Havre. Wahrscheinlich ist Le Havre. Wahrscheinlich ist Le Havre. Le Havre ist wahrscheinlich auch dann der Heimathafen. Ist ja der große französische Hafen. Vielleicht ist da ja auch irgendwas mit deiner Wunschliste drauf. Auf dem Schiff? Ja. Schitzmische. Oder China-Krempel. China-Krempel wird da jede Menge sein. So, jetzt kann ich mal einmal hier... Willst du ein Foto machen? Ne, ich wollte mal auf den Bug gehen. Also jetzt sieht man hier sehr schön vorne den Steven, wie der Kerzen gerade runter geht. Sieht interessant aus. Aber ich mag das Klassische etwas lieber. Wären die denn mit Wulst Bug gar nicht mehr gebaut? Oder ist das so eine Baureihe oder das wird immer entschieden? Naja, die Berlin Express und die ganze Hamburg Express Klasse, die sind ja alle mit Wulst Bug gebaut. Also da wird es wahrscheinlich einfach verschiedene Theorien, Berechnungen geben. Und der eine macht das so, der andere macht das so. Also ich kann es dir nicht genau sagen, ob jetzt eins besser oder schlechter ist. Ich nehme mal an, dass aufgrund des Bugs auch der ganze Rumpf unten drunter anders konstruiert ist. Kann natürlich auch eine Platzgeschichte sein. Also dadurch ist natürlich... Können sie wahrscheinlich vorne unter Deck nochmal ein paar Container mehr stauen, als bei den Schiffen, wo der Bug steil nach hinten geht. Jetzt hört man auch das Geräusch, jetzt hört man die Maschine. Ja... live hier, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gleich wird der Schlepper ZDF-Boxer von BOMUDA TOWERCH anziehen und dann geht sie rum Und wir haben einen Zuschauer aus der Ukraine Welcome to our channel and greetings to Ukraine Ich glaube nebenan startet gleich auch wieder ein Beluga Der rollt da schon, siehst du? Stimmt, also wenn ihr den Beluga in Finkenwerder starten wollt Dann schaltet ihr mal parallel zum Stream auf Fluggesellschaft rüber Der Thomas, der streamt nämlich aus Finkenwerder Und der müsste den Beluga drauf haben Ihr habt hier den Vorteil, dass ihr einfach zwei Fenster gleichzeitig aufmachen könnt Hinten der Schlepper zieht schon an Und der Schlepper zieht schon an Und der Schlepper zieht schon an Polizei hat abgesperrt, jetzt wird hier wahrscheinlich noch gewartet, bis das kleine Sportboot weg ist So, der ist abgehoben Echt so cool aus von mir Der Beluga ist gestartet So, bis jetzt geht's So, bis jetzt Willst du Fotos machen? Ja, gleich, wenn sie die hier schön ins Licht drehen, dann mache ich noch zwei, drei Fotos. Walli fragt, warum vorne der Schlepper zieht, wenn das Schiff zwei Buchstrahler hat. Es ist einfach genauer mit den Schleppern und die haben halt noch mehr Power. Der Schlepper, der kann halt, also der Buchstrahler, der kann ja nur quasi Steuerbord, Backbord. Und der Schlepper, der kann halt auch schräg ziehen, also der kann halt auch eine Bewegung nach vorne seitlich machen. Also das ist deutlich sicherer und der Schlepper ist ja eh da. Also ohne Schlepper geht das hier nicht. So, jetzt zieht er an. Jetzt würde ich mal ein Foto machen. Auf der Gangway steht auch jemand. Aber ich glaube, das ist gerade spannender hier. Oben zum Größenvergleich geht auch zwei an Deck. Das ist immer sehr schön. Vier sind da sogar. Oben läuft gerade einer, hattest du gesehen, ne? Ja, ja. Ich hatte gerade gezählt, also ich habe vier gezählt, da oben. So, jetzt würde ich gleich nochmal Fotos machen, wenn sie frontal kommen. So, jetzt würde ich mal sehen. So, jetzt würde ich mal sehen. So, ich kann wieder übernehmen. Mal gucken, was oben am Deck so los ist, beziehungsweise auf der Back. Schatz, das ist eine Frage für dich. Ich sage mal in Hamburg immer Moin, auch abends. Ja, immer. Ja, immer. Ja, immer. Kannst du nix mit verkehrt machen. Und Moin Moin ist geschwätzt. Mir brauchst du in Hamburg auch nicht sagen, das reicht schon an Smalltalk. Also einfach so ein trockenes Moin. Guck mal, die Sandra ist auch da. Kannst du schön Schiffe gucken, Schätzelein. Ja, ihr könnt hier auch eure Mädels stehen in den nächsten Wochen. Dann gibt es auch mal, das ist auch hier. Markus schreibt, Thomas ist auf dem Weg zu uns. Da er über die A7 und durch den Elbtunnel muss, wird das sicherlich ein Weilchen dauern, bis er hier ist. Hätte er die Fähre genommen? Ja, aber aus Fingen-Werder. Ja gut, doch Fingen-Werder, aber da muss er mit dem Ausschuss zur Fähre und das Auto da stehen. Da warten zwei in der Elbe. Oh ja, tatsächlich. Aber er hätte ja auch in Teufelsbrück parten können, wenn wir rüberfahren. Ja, da sieht man noch die beiden Markierungen für die Bugstrahlruder. Das sind ja immer diese Kreise mit dem stilisierten Propeller. Da sieht man immer Bugstrahl- bzw. Heckstrahlruder bei einigen Schiffen. Die Schwimmer, die schwimmen die auch gleich ins... Die schwimmen uns gleich hier ins Bild. Genau. Die schwimmen die gleich noch vor die Kamera. Oh, Anja will weg. Sein doof, ein Gedanke. Vielen, vielen Dank, Anja. Dankeschön. Das gibt die Cap San Diego. Sieht man die jetzt gleich auf der kleinen Kamera, die Schwimmer? Ich muss hier einfach nur ein bisschen rauszoomen, dann sieht man die Schwimmer. Krass. Da sehen wir, dass das Bild geschwommen ist, das hatten wir auch noch nicht. Das hatten wir auch noch nicht. Das ist hier jetzt auch echt eine Premiere. Das ist ähnlich wie Willi. Ja, manche Leute sind echt schmerzbefreit. Also schwimmen in der Elbe ist übrigens nicht verboten, aber auch nicht empfohlen. Und jetzt, wo das Wasser wieder abläuft, also puh, muss sagen, man merkt auch, dass sie mit der Strömung schwimmen. Und Sandra fragt, ob das kalt ist. Ich glaube, so kalt ist das gar nicht. Weil, ich meine, wir hatten ja gutes Wetter. Sommer ist durch. Also ich könnte mir vorstellen, dass das noch ganz angenehm ist. Kai fragt, wie viel Toi der hat. Ich hätte es eben gesagt. 23.112. 400 Meter, 61 Meter breit. Fährt unter französischer Flagge. Finde ich gut, dass die Franzosen da auch sagen, ihre Schiffe haben sie unter französischer Flagge. Papag Lloyd mit vielen Schiffen unter deutscher Flagge. Und die Emma Meers eben, die kam ja auch unter dänischer Flagge. Schon klasse, wenn die nicht alle irgendwie Panama oder irgendwas haben. Wie hieß noch diese ganz abgefahrene? Oder das ganz abgefahrene Land? Die, die man in Bad Oldesloe kaufen kann. Ja, wie hießen die denn noch? Ich weiß es auch nicht mehr. Hörte sich an wie irgendwie so ein bisschen wie der Prinz aus Zamunda irgendwo. Ja, genau. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber vielleicht hat ja der ein oder andere das Video gesehen, was ich bei mir auf dem Kanal 1972 gepostet hatte. Ein Interview mit dem Christian Bubenzer von der deutschen Flagge. Und das war echt interessant, was der so über diese Flaggengeschichte erzählt hat. Das ist, also das sind mafiöse oder mafiöse Strukturen. Es gibt in Bad Oldesloe ein Büro und die verkaufen die Flagge für ein Land, was überhaupt keine Häfen hat. Und das ist dann im Prinzip da wirklich nur so ein Büro. Also, ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das noch ein bisschen komisch vor. Ja, und prassend zu dem französischen Containerschiff kommt von rechts jetzt gleich auch noch die BBC Mont Blanc. Als wenn die sich abgesprochen hätten. Mhm. Lassen wir einfach mal durchs Bild fahren. Ein Stückgutfrachter und der hat, der hat auch irgendwas, nee, nicht Propeller, sondern das sind so, ähm, irgendwie so Förderschnecken oder sowas. Wird uns im Chat gleich bestimmt auch jemand was zu sagen können, was der geladen hat. Ich nehme an, das sind irgendwie so Förderschnecken. Anja will weg. 2,49 für die Frage, ob die Berlin Express morgen verlegt wird. Ja, laut Plan wird die morgen früh um 8 Uhr hier vorne an den Adabasca-Kai gelegt. Das ist quasi jetzt hier im Bild links. Werden wir uns gleich auch alles noch angucken, wenn die CMA-CGM angelegt ist. Kannst du mal ein Horn noch mal raushauen hier? Anja kriegt noch ein Horn. Gerda 2.0. Ja, und Ole schreibt auch nochmal, dass CMA-CGM auch Passagiere mitnimmt. Also zumindest vor Corona war es so, dass du bei CMA-CGM Frachtschiffreisen buchen konntest. Lange Zeit ging es nicht. Was der aktuelle Stand ist, weiß ich nicht. Also, Ole, vielleicht weißt du das, ob man die jetzt wieder offiziell buchen kann. Frachtschiffreisen bei CMA-CGM. Weil das war, glaube ich, so eine der ganz großen Rädereien, die das angeboten haben. Also Hapag Lloyd macht es nicht. Aber CMA wäre natürlich eine Möglichkeit. Kommt denn da? Ja, von links kommt auch noch ein kleines Containerschiff. Wie schön. Haben wir ja richtig was zu bieten hier heute. Mike fragt, wo findet man die An- und Abfahrtzeiten der Schiffe? Da musst du einfach mal nach Segelliste Hamburg gucken, beziehungsweise Segelliste Hala. Und dann kann man die An- und Abfahrtzeiten einsehen. Es gibt auch eine App vom Hamburger Hafen. Da sind aber immer nur die Schiffsankünfte drin. Und die Zeiten sind leider auch sehr ungenau. Schlepper macht den Sch concuth. So, Schlepper macht den Schiff. Das sind auch sehr viel gegründet. Ja, und da haben wir das nächste Containerschiff und ich glaube unsere Badegäste. Ja, gegen die Strömung haben sie es nicht zurückgeschafft. Eine Yang Ming. Hier Lukas schreibt es auch nochmal, genau, Segelliste und Infogate heißt es bei Eurogate. Ich glaube, gleich ziehen wir nochmal ein bisschen nach vorne um, denn dann haben wir nicht so viel vom Strand drauf. Das Wasser geht langsam zurück. Wie du meinst. Ja, vielleicht warten wir nochmal ein paar Minuten, bis das auch ganz safe ist. Und Bernhard möchte uns gerne ein Liedchen singen. Bernhard, das, was du da im Chat schreibst, kannst du das bitte mal als Audio aufnehmen? Ich würde das im nächsten Stream abspielen. Tino sendet Grüße aus der Schweiz. Ja, grüzi. Viele, viele Grüße, lieber Tino. Und das geht in die Schweiz. Ja, ihr seht, dass wir hier in die Richtung natürlich ein paar Spaziergänger haben. Deshalb werden wir gleich mal gucken, dass wir mit der Kamera etwas nach vorne gehen. Und da seht ihr im Bild jetzt auch eine von den Statuen. Wie heißen die nochmal, diese Statuen da im Wasser? Ich glaube, vier oder fünf Stück gibt es davon. Ja, aber wie die jetzt genau heißen bei mir, und ich musste mal richtig dicht rangehen. Am Anfang, als Sie hier waren, hast du wirklich gedacht, da ist jemand, ne? Ja, also wenn man das nicht weiß, dann denkt man wirklich, da steht einer. Und da kommt Niklas mit Welle. Die standen auch nicht nur auf der Elbe, sondern auch auf der Alster. Und da siehst du die ja noch dichter. Also das ist schon... Ich gehe mal winken. Am Anfang, wer wegschreibt, ist Bojenmann. Ja. Das war ja wohl für uns, ne? Ja, Niklas haut das Horn raus. Ich weiß nicht, ob ihr es im Stream gehört habt. Ich gehe mal winken. Ja, mach mal. Ich will wohl auch für irgendwas sagen, ne? Ah, da kann man ihn wohl so ganz schemenhaft erkennen, den guten Niklas. Wir ziehen mal kurz ein bisschen um, wir gehen mit unserem ganzen Gerödel ein paar Meter nach vorne. Deshalb wird es jetzt ein bisschen wackelig. Du nimmst hoch und ich ziehe es und da raus. Genau, ich nehme hoch. Aber du stehst mit dem Fuß auf der Decke. Noch ein Stück. Warte mal. Und da sind wir wieder. Die Yangming Evolution hatte ich jetzt nicht auf dem Plan. Vielleicht mag mal jemand kurz nachgucken, so ein paar Basisdaten. Gerade mal Länge, Breite, vielleicht Kapazität. Soll ich mal weiter filmen, willst du deinen Rucksack mal holen? Ja, ich traue mich nicht, den anzufassen. Auch super, wenn die Frau sich nicht traut, den Futterrucksack anzufassen. Ja, der ist so halb offen und da liegt alles drauf. Dann fasse ich den an und alles plumpst und sand. Und dann? Sag mal, riechst du das hier die ganze Zeit auch oder habe ich jetzt wirklich schon... Das sind die, die hier am Sprayen sind. Nee, aber hier kifft doch einer die ganze Zeit. Genau, gekifft wird hier auch. Aber die ganze Zeit. Aber hier ist ja gar keiner in der Nähe, dass du es riechen kannst. Wo kommt das her? Manuel und Sebastian haben es hier eben mal rausgesucht. Ja, und Remo möchte wissen, ob ich die Umgebungsgeräusche mit einem extra Mikro aufnehme. Nee, wir sind wirklich so nah an den Wellen, dass das auf unseren normalen Mikros mit drauf ist. Ich habe extra das Umgebungsmikro heute schon abgeschaltet. Also es ist wirklich hier eine Wahnsinns-Geräuschkulisse. Ich hoffe aber, dass es auch einige von euch gibt, die das genießen. Aber nicht, dass sie doch wirklich alle einschlafen, ne? Wellenrausch-Podcast. Aber so klein ist das Schiffchen jetzt auch nicht. Sebastian hat noch ein bisschen Zusatzinfo. Taiwanesische Flagge. Hadi Römer. 5 Euro als Anzahlung für einen Rucksack-Träger. Das ist klasse, das nehme ich. Ja, der könnte dann auch gleich mal kommen bitte und die ganzen Sachen wieder die Treppe hochtragen. Also die Treppe müssen wir nachher echt nochmal zeigen. Ja, ich schwenke mal ein bisschen zurück, weil wir da vorne schon extrem ins Gegenlicht kommen. Jetzt können wir das nochmal zeigen. Also ihr seht da auf der rechten Seite liegt die Berlin Express am Burkhard-Kai und die wird morgen früh um 8 Uhr verholt. Und dann wird die hier an den sogenannten Atabasca-Kai gelegt. Und das ist das, was ihr hier seht. Da sind schon jede Menge orange Container. Das ist alles schon für die Taufe aufgebaut. Also ein bisschen Deko. Und ich nehme mal an, dass sie da halt auch so ein bisschen Gänge gebaut haben auf dem Terminal, um die Gäste so ein bisschen zu leiten. Und das soll morgen früh um 7 Uhr stattfinden. Aber wettermäßig sieht das leider alles andere als gut aus für morgen früh. Ja, die Juxtar D liegt schon fast an der Pier. Wie spät haben wir es? 1721. Für 18 Uhr hat sich die Artania angekündigt. Wannst du, dass da auch wieder Morten Hansen drauf ist? Das weiß ich nicht. Aber hier werden sie wahrscheinlich leider kein Horn mehr spielen. Das machen sie ja normalerweise immer da hinten an den Terminals. Der Ulli. Der Ulli. Rainer hat einen Upgrade in der Mitgliedschaft durchgeführt. Rainer, vielen, vielen Dank. Auch Rainer bekommt natürlich ein Horn. Ja. 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 Das würde man auch nicht erleben, wenn man auf einem Kreuzfahrtschiff ist. Nee, nicht wirklich. Wo? Wir sind dunkel. Da ist das Schiff. Kaum zu erkennen. Ja, Morten Hansen ist drauf, wird grad geschrieben. Ah, sehr cool. Sehr cool. Der muss auch auf dem Schiff belagert werden von den ganzen Gästen, wenn die den alle aus dem Fernsehen kennen, oder? Ja, die werden ja wahrscheinlich für die Crew spezielle Gänge überall haben, sodass der unbehelligt in seine Kammer kommt. Der hat doch sonst keine ruhige Minute, oder? Nee. Möchtest du jetzt den Stream mal alleine unterhalten? Gibt's auf Toilette? Und ich bin mal zur Strandperle auf Toilette. Muss ich denn ja, was soll ich denn machen, wenn du mal musst? Ja, wenn wir noch ein bisschen durchhalten sollen hier. Aber jetzt gerade ist ja kein Stress. Könntest du ja ein bisschen Hamburg-Sightseeing machen. Ich bin mal kurz weg. Hast du Geld mit? Ja. Soll ich denn die Kamera zu der Seite lassen? Schatz. Wo du möchtest. Aber guck mal her. Irgendwie dreht das Ding jetzt hier ein bisschen durch. Also einfacher zu filmen von der Belichtung ist es. Ich dreh dir den mal zurück. Ja, das kann ich nicht. Kann nur hin und her schwenken. Also jetzt kommen wir hier. Keine komischen Sachen, die ich noch machen muss. Hier müsstest du eigentlich. Soll ich dir den Griff noch etwas tiefer machen? Nö, das schaffe ich. Den kannst du so lassen. So, jetzt schwer ab. Bis gleich. So. Ich übernehme jetzt hier mal, ne? Ich finde, ihr könnt mich ja auch mal so ein bisschen unterhalten, wenn ich das jetzt hier ganz alleine machen muss. Ich kann ja mal gucken, ob er das Mikro mitgenommen hat. Jetzt könnte ich das ja mal anmachen. Auch lustig auf Toilette. Nein, mache ich natürlich nicht. Ja, aber wie ihr seht, da am Hafen wird auch ordentlich gearbeitet. Wie ja immer am Hafen. Ah, der Sebastian schreibt gerade, dass um 18 Uhr die Rettungsübung beginnt. Ja, dann würde ich mal sagen, könnt ihr danach doch ablegen. Weiß das jemand, wird das wirklich immer direkt vorher gemacht, bevor die Kreuzfahrtschiffe abfahren? Also direkt noch im Hafen? Macht dir hier wahrscheinlich Sinn. Ich könnte auch was singen, ja, aber dafür müsste ich jetzt erst noch mal das Pico-Löhrchen trinken. Aber es gibt ja noch so einige schöne Seemannslieder. Aber da kann ich dann auch immer nur die erste Strophe. Zu mehr reicht es dann glaube ich nicht. Ja, zum Abendessen auf die Athania würde ich machen. Ah, okay. Das habe ich mich dann schon mal gefragt, weil oft war es ja so, wenn mal jemand von der Crew irgendwie im Chat war, die haben immer gesagt, ja, man muss irgendwie noch die Sicherheitsübungen abwarten. Ja. Ja klar, mach ruhig, mach was du möchtest. Gerne. Wir haben hier natürlich auch immer ein paar Besucher. Ja, mach doch. Kannst du auch live gucken. Wir senden live, du kannst das auch live gucken. Ja? Ja. Gib dir das mal mit. Mal gucken, ob ich jetzt schnell was für dich finde. Ja, das nennt sich Hafen Hamburg live auf YouTube. Warte mal, ich guck mal, ob ich es für dich schnell so finde. Ja, warte. Ja. Ja. Es ist sehr schön. Hier hinten. Kannst du gucken, da ist so ein Code auch drauf. Und dann kannst du dann nachschauen. Wo? Hier ist der Code. Ach so. Den kannst du mit dem Handy abfotografieren oder auf Hamburg Hafen live gucken. Ah, Hamburg Hafen live. Genau. Hamburg Hafen live. Wir senden immer so von Schiffen, wenn die hier ankommen. Genial. Ja. Ist ganz gut, ne? Ja. Ich weiß, dass das natürlich gefilmt, das Schiff. Genau, als das Schiff gedreht wurde, haben wir das auch gefilmt. Und alles ist live. Dann ist es live. Genau. Kannst du von zu Hause gucken. Ah, genial. Kannst du von zu Hause gucken. Brauchst du nicht losgehen. Kannst du dich aufs Sofa setzen. Wie heißt dieser Kanal? Hamburg Hafen live. Aber du kannst das hier, steht hier auch? Ich habe eine super spektakuläre Arbeit. Ja? Dankeschön. Genial. Danke. Ciao. Gerne. Tschüss. Ja, hier kommt so der eine oder andere. ja mal vorbei, der Interesse hat. Hoffentlich habe ich jetzt nicht so viel Quatsch erzählt. Der denkt, der kommt ins TV. Ja, der hat nicht ganz so viel Deutsch verstanden, aber ich glaube, der guckt vielleicht mal zu. Ja, man tut ja, was man kann, ne? Wir müssen das ja hier so ein bisschen vermarkten. Also im Moment passiert hier auch nicht so viel Spektakuläres. Kann mal gucken. Gleich kommt noch eine Fähre. Danke. Ich hoffe, ich bin hier so ein würdiger Ersatz. Ich hoffe, Patrick beeilt sich mal ein bisschen mit der Toilette, aber es ist echt ein Stückchen zu gehen. Eigentlich wollte er ja vorher noch auf Toilette, aber hat ja wieder alles nicht geklappt wegen Stau. Dann musste das hier ganz schnell losgehen. Aber ich habe mich auch nicht so wirklich getraut, das alleine zu starten. Wissenscheinlich hätte ich denn den Robert-Knopf gedrückt und alles wäre abgestürzt. Nee, nee, das mache ich mal lieber nicht. Da kommt wieder die Fähre-Fähre. Ist sie doch, ne? Ja, die Fähre-Limo-Fähre. So, der Chef ist auch schon auf dem Rückweg. Ich sehe ihn schon. Kann ja mal gucken, ob ich so ein bisschen mal rüberschwenken kann hier mit meinem Equipment. Was hat der eben noch gesagt? Spektakulär. Schauen wir doch mal. Gucken, ob wir ihn hier gleich noch aufkriegen. Aber ich sage euch eins, schnell geht der nicht. Also der hat es auch nicht eilig. Schnell noch eine durchziehen. Latscher am Elbstrand lang. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie so ein bisschen unscharf. Ich sehe das so schlecht hier. Aber damit müsst ihr jetzt leben, weil richtig einstellen kann ich das nicht. Guck mal. Da kommt er. Ich will halt nicht so die anderen Leute mit drauf haben. Da ist nochmal das Kunstwerk. Mal gucken, ob ich das noch ein bisschen weiter dran zoomen kann. Ups. Also ich sage euch wirklich, wenn man da so vorbeifährt mit dem Schiff oder auch vorbeigeht, der sieht wirklich echt aus, der Typ. So. Ups. So. Da kommt der Chef. Kann er gleich mal wieder übernehmen. Ach ja, der geht schön gemäulich am Elbstrand spazieren. Also der Schnellste bist du auch nicht zu Fuß, ne? Kann das sein? Ich habe mich gerade nicht verstanden. Ich sage, der Schnellste bist du auch nicht zu Fuß, ne? Das ist ganz schön weit durch den Sand. Weiß ich. Aber du kannst ja mal einen Zacken Zahn zulegen. Sonst musst du mal gucken, ob das hier auch so alles scharf ist. Irgendwie sieht das so ein bisschen unscharf aus. Aber im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich es vielleicht gemacht. Ah, ich bin sicher. Das sieht doch super aus. Das ist doch alles scharf. Ja, hier seht ihr ja, das ist halt Elbstrand-Feeling. Schon schön. Also vorhin kam schon die Info, dass wohl um 18 Uhr die Rettungsübung auf der Athania stattfindet. Ja, dann werden die ja kurze Zeit später auslaufen. Sehr gut. Hier können wir auch direkt nach Oebelgönne in den Museumshafen filmen. Da seht ihr im Hintergrund auch den Schornstein von der Stettin. Das ist der etwas dickere. Christian, vielen, vielen Dank. Und liebe Grüße zurück nach Tirol. Ja, auch von mir. Vielen, vielen Dank. Du kannst mal ein Horn raushauen, oder? Hab ich schon. Hast du? Gar nicht mitbekommen. Ja, Postbüde, du kannst hier noch was zu essen machen. Apropos Essen haben wir was zu essen mit. Und noch eine Kiezmische trinke ich gleich mit dem Thomas, wenn der da ist. Also zu essen im Laufe, was mir zwar nix doll ist, aber macht satt. Sonst können wir bei der Strandperle Currywurst und Pommes holen. Da steht der Bojenmann. Ja, auf dem hab ich auch eben schon mal probiert, so ein bisschen. Hast du auch gezeigt schon? Ja, aber ich wusste nicht, ob der so ganz schön ist. Ja, aber ich wusste nicht, ob der so ganz schön ist. Ich hatte das Gefühl, das war eben so ein bisschen unscharf. Hast du da jetzt noch was anderes eingestellt? Nö. Nö. Alles gut. Dann liegt das doch hier an den verbotenen Zigaretten, die die hier alle rauchen, glaube ich. An dem Hasch. Ja, das kannst du ja haben. Also einige Kommentare sind, dass sie es gut gemacht haben. Also kann es nicht so schlecht gewesen sein. Ach, natürlich. Guck mal, die Container, die kenne ich gar nicht. Uni Ocean. Schwarze Container mit weißer Schrift. Ja, da ist das wahrscheinlich das verbotene Zeug drin, würde ich jetzt mal sagen, oder? Meinst du, das ist ein Cannabis-Pachter? Ja. Das fand ich bisher noch nicht. Oder habe ich so noch nie gesehen? Oder habe ich so noch nie gesehen? Wir haben ganz, ganz liebe Post bekommen. Richtig liebe Post. Und zwar von dem Isak. Und von der Uta. Ja. Die waren nämlich vor einigen Wochen am Bubengei-Ufer bei uns im Stream. Genau, die kommen aus der Sächsischen Schweiz, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, wo die hier kommen. Irgendwie, ich glaube irgendwie sowas war noch mit. Ja. Und der Isak ist Hobbyfotograf auch. Hat schon ein paar Sachen von uns geguckt. Guckt auch den Stream immer. Die gucken den wohl immer zusammen. Und ja, der war bei uns und fand das irgendwie so toll, dass sie uns ein Überraschungspaket geschickt haben. Genau, total lieb. Also die Mama hat dazu was geschrieben. Also er hat sich wirklich wahnsinnig gefreut, uns getroffen zu haben. Einfach mal dabei gewesen zu sein. Mal einen Moment ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Auch mal live. Kommen auch wohl mal öfter nach Hamburg, ne? Genau. Das war ja wirklich total nett. Haben uns ein bisschen Weingummi geschickt. Kleine Schnäpschen. Drei Schnäpse zum Aufwärmen haben sie uns geschickt. Noch so ein paar Infos aus ihrer Region. Also da haben wir uns richtig drüber gefreut. Und dann haben sie noch das Foto ausgedruckt, was sie gemacht haben. Genau. Wir hatten noch ein Foto mit uns gemacht. Ja, total nett. Ja. Haben uns richtig gefreut. Vielen, vielen Dank nochmal und liebe Grüße an Uta und Isak. Ja. Vielleicht schaut ihr ja gerade zu. Oder kommt vielleicht nächstes Mal wieder live vorbei. Weil also wie gesagt, die Uta hatte wohl gesagt, dass sie öfter mal in Hamburg sind. Also wird uns freuen. Mit jederzeit. Da liegt die TTSD, die ist auch vorhin glaube ich gerade erst gekommen. Da ist ja auch noch so ein Anleger für kleinere Fieder. Ja. Und wir können jetzt einmal zur Jacques Sardé rüber schwenken. Die Schlepper sind da noch in Bereitschaft. Die ersten Leinen sind fest. Aber die Schlepper warten ja immer, bis das Festmachen komplett abgeschlossen ist. Bluepro 249. Vielen, vielen Dank mit dem Hinweis, dass heute World Maritime Day ist. Vielen, vielen Dank. Hauen wir einen raus. Haben wir auch noch nicht gewusst. Guck mal hier, ich kann es aber nicht aussprechen. Ich weiß aber nicht, wie man den Namen ausspricht. Das ist nicht das größte Schiff. Das soll doch immer das größte Containerschiff in Hamburg sein, das ist es nicht, ne? Deswegen sind Sie nicht hier, ne? Naja, das mit dem größten ist so ein bisschen schwierig. Also... Was so Verfassungsvermögen angeht, oder woher das ist? Genau. Also das größte Containerschiff ist nicht hier, aber das sind alles 400 Meter Klasse. Ah. Und da links, das ist die Berlin Express. Das ist zumindest das größte deutsche Containerschiff. Ach, hier hat es dran. Was so ein bisschen versetzt. Mit den Orangen da. Genau. Die wird am Montag getauft. Deshalb stehen hier schon orange Container. Die wird hier vorne hingelegt. Ah, okay. Die wird morgen früh verlegt. Ah, okay. Die ist am Dienstag angekommen. Ist ein Neubau. Ah, okay. Genau. Ja. Und was man da gerade aussieht, die CMA, CGM Jaxx HD, das war das erste Containerschiff, was mit LNG gefahren ist. Ah, okay. Ja. Okay, vielen Dank. Sehr nett. Danke. Gerne. Ja, ähm. Wie sprichst du das aus? FFOW. Genau. Hat geschrieben, dass er ab Mai auf die Mein Schiff 2 als Krankenpfleger geht. Ist auch interessant, ne? Ist auch interessant. Also, ich würde mal sagen, da haben wir wieder Spione an Bord, oder? Ja. Wir brauchen überall Besatzung. Es nützt nichts. Also, ihr müsst einfach auf Schiffen anheuern, ne? Ja. So, Niklas braust du auch wieder ran von Finkenwerder. So, das sieht so aus, als ob die da oben die Schlepperleine losmachen. Zumindest ist da was im Gange. So, wir warten mal. Ja, und Niklas rauscht hier auch wieder mit 50 Knoten. Die letzten Fahrten vom Urlaub. Genau. Pünktlich Feierabend. Haben wir den kleinen Zwischendurch-Snack? Naja, so viel ist das nicht, was wir mithaben. Jetzt ein Stück hiervon haben. Ja. Und der PubTransit schreibt, mal sehen, wann Thomas kommt. PubTransit ist so ein bisschen der Co-Moderator beim Thomas. Die unterhalten sich dann per Telefon. Übrigens eine ganz coole Geschichte, weil dann immer noch so ein paar Zusatzinfos quasi übers Telefon kommen. Und hinter dem PubTransit steckt der Martin, glaube ich. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Ich glaube, es ist Martin. Und das muss dann dort drin sein. Wenn wir anfangen, dann sicher. Wir lassen uns das. Schrauch auf. Wenn es das nicht var, ist, dass wir uns nicht nicht versuchten. Es geht auch nicht. Wir werden dann mit dem, das so weit ist, was wir besser. Jetzt sehen das noch zusammen. Und dann geht das fest. Das ist vor uns, sie geht jetzt. So, es geht auch nicht. Oh, es geht einfach. Ich bin jetzt das. Jetzt warten wir darauf, dass die Leinen-Verbindung getrennt wird. Dann werden die Schlepper auch abrauschen. Wir können noch mal zur Gangway gucken. Ah, da ist der Lotse. Der wird da gleich von Bord gehen. Der Gerrit hat geschrieben, ist auch irgendwas nach Hamburg unterwegs von ihm. Da sind wir ja mal gespannt. Das hat er mir vorhin schon geschrieben. Am meisten freuen sich immer die Hunde, wenn irgendwas kommt, weil die lieben ja Post. Ihr müsst mal sehen, was bei uns los ist. Die Hunde, die flippen völlig aus, wenn wir Pakete auspacken, weil sie immer der Meinung sind, dass für sie was da drin ist. Und das Allergrößte ist, wenn dann Hundefutter kommt. Und da ist oftmals noch so ein kleines Tütchen, nur für die Hunde dabei. Könnt euch nicht vorstellen, was dann los ist bei uns. Aber auf die Briefe mittlerweile nehmen sie den Briefträger auch schon ab. Ja, und zerfetzen sie dann auch gerne. Nee, das kommt selten vor. Aber ich könnte mal kurz mein Pullover überziehen. Andi Borchert schreibt, wir sind morgen in Hamburg beim Eierkahl. Über Eierkahl muss ich ja auch immer so lachen. Das ist halt so eine Restaurantkneipe direkt unten am Fischmarkt. Und ich finde den Namen so lustig, oder? So, jetzt bin ich wieder online. Der Eierkahl ist doch lustig, oder? Ich würde sagen, wir warten mal auf den Lotsen. Könnte auch ein ganz schönes Foto werden. Die Manuela fragt, was wir für Hunde haben. Ja, wir haben so zwei aus dem Tierschutz. Das sind so Pinschermixen. Also so, möchte mal gern Wachhunde sind das, ne? Ja. Sie denken, sie wären riesengroß. Sind sie aber nicht. Der Lotse hat einen weiten Weg von der Brücke. Kann natürlich sein, dass er auch noch ein bisschen Papierkram machen muss. Moin. Thomas ist gerade angeschwommen gekommen. Willst du dich erst mal abtrocknen? Finde ich ja cool, dass... Hi. Moin Thomas. Finde ich ja sehr cool, dass du durch die Elbe geschwommen bist. War aber anstrengend, oder? Jetzt ging es aber schnell eigentlich. Trotz Strömung hast du es geschafft, ne? Ja, trotz Stau. Und jetzt ist es Wohngegend. Und es ist eine halbe Weltreise hierher von Finkenwerder, oder? Ja. Es ist eine andere Welt. Obwohl das nur so fliehen, die ja wenige Kilometer sind. Läuft's für euch? Ja, läuft gut. Also die beiden großen Containerschiffe sind da. Und jetzt ist gerade so ein bisschen Ruhe. Um 18 Uhr soll die Artania auslaufen. Die kommt dann ja da von links. Bis sie hier ist, denke ich mal, wird's aber 15, 20 Minuten dauern. Und jetzt warten wir gerade noch auf ein schönes Bild, wie der Lotse hier von Bord geht. Da hinten, da sind wir. Ach so, da sind wir. Da sind wir. Ja, die hatten wir ja auch im Spiel. Genau. Ja, die muss, das ist ja die, wo ich sagte, die ist unwesentlich größer. Und da links ist die, die zuerst durchs Bild gefahren ist mit den schwarzen Containern. Ja, wir hatten auch richtig Glück gehabt. Zwei Belugas gleichzeitig. Willst du mal ein Mikro nehmen? Dann können die Leute ein bisschen mithören, was wir hier quatschen. Nein, ich bin auch ruhig. Ich hab heute schon genug gequatscht für meine Verhältnisse. Ja, herzlich willkommen, Thomas. Ja, moin. Ich sehe es schon im Chat. Genau, du wirst hier begrüßt. Ist vielleicht auch der ein oder andere von dir rübergekommen. Ein munteres Hin und Her den letzten Tagen. Ja. Und hier kommt auch noch die Info von Cruise Chips Germany dem Bus, die das gleich die Meersk Bar-Tour ablegt. Ja, die hat schon einen Schlepper dran. Die liegt direkt hinter der CMA-CGM. Und jetzt macht sich auch der letzte Schlepper auf von der Jacques Sardé. Und ich hoffe, ja noch ein schönes Foto zu bekommen, wie der Lotse da die Gangway runtergeht. Das ist übrigens ein fantastisches Bild, wenn man hier die Himmelsleiter runterkommt und ihr steht hier unten. Und dann gibt es so ein Bild, wo nur ihr zwei seid und die Bäume drumherum und der Strand und das Wasser. Ich hoffe, du hast das fotografiert. Ich könnte gleich mit deiner Kamera nochmal los, die paar Meter hoch. Ich habe leider nur Handy jetzt gerade dabei. Egal. Aber was soll ich? Kannst du das? Fantastisch. Also dieser Ort ist magisch hier. Ist toll, ne? Die Geräuschkulisse ist natürlich, sagen wir mal, sehr authentisch. Also wenn hier eine Fähre vorbeifährt, dann kommt das Wasser richtig hoch. Und das bekommt man im Stream wohl auch richtig laut mit. So viele Grüße im Chat. Ich kann jetzt nicht jedem Hallo sagen. Ich habe aber die typische Verabschiedung bei uns ausgelassen, um einfach auf den Knopf zu drücken. Ich möchte mich nochmal entschuldigen. Ja, wir haben das hier mitbekommen. Du musst kurz nach dem letzten Beluga abgehauen sein. Ja, Beluga XL Start konnte ich nicht liegen lassen. Ja, den hatten wir hier auch noch gesehen. Und dann kam auch schon im Chat, Thomas hat ausgemacht. Ja, Finkenwerder ist natürlich sehr interessant für Flugzeugenthusiasten. Ist halt ein bisschen schwer planbar. Da braucht man schon so ein bisschen Insider-Infos, was da so abgeht. Ich war sehr schwer skeptisch, dass das heute was wird. Aber wie das Schicksal so will, es war jetzt auch ein Werktag heute. Donnerstag ist ein guter Tag, wird viel gearbeitet bei Airbus, wird viel ausgeliefert, einige Flugzeuge fertig. Und es war für Planespotter heute ein schöner Tag. Und vor allem halt vieles, was man sonst nicht vor die Linse bekommt. Also Beluga, aber natürlich auch viele Flugzeuge, die teilweise gar nicht nach Deutschland kommen von Airlines. Richtig. Es war drin Viva Aerobus, hast du das schon mal gehört? Ich habe vorhin ein bisschen bei dir im Stream reingeluschert und da ging es gerade um Viva Aerobus. Und die Konkurrenz, Volaris bestellt auch bei Airbus. Das ist ja lustig, das ist eine mexikanische Günstelfluggesellschaft. Und die beiden Marktbeherrscher in Mexiko haben hier in Finkenwerder ihr Fluggerät bestellt. Aber ich habe schon festgestellt, der Standort, den du da hattest, der ist eigentlich ganz interessant, weil du natürlich auch die Schiffe im Hintergrund mitbekommen hast, ne? Ja. Also das ist natürlich auch vom Bild her schön, ne? Dann kam ja diese besondere Situation, dass die amerikanische Spirit abgehoben ist. Und das ist ein knallgelbes Flugzeug. So gelb, wie du es hier siehst, weil das ja nice and shiny aus dem Werk kommt. Wir hatten eben auch ein komplett gelbes Schiff. Genau, und das kam gerade vorbei, als sie gestartet sind. Das war mir eben gerade erzählt. Ah, cool, die Story. Das gelb und gelb passten da zusammen. Klasse. Unglaublich, ja. Das habe ich alles so noch nicht gesehen. Ja, wo bleibt denn der Lotse? Der Lotse trinkt noch ein Käffchen. Der trinkt noch ein Käffchen. Scheint ein Hundestrand zu sein. Ja, und natürlich auch beliebt zum Spazierengehen hier. Das ist halt so das, was man gemeinhin als Elbstrand bezeichnet. Da vorne ist die Strandkerle. Relativ bekanntes Restaurant. Und das Gute ist, da kann man im Notfall auch auf Toilette. Ja, ich habe gesehen, es gibt ja auch ein Schild mit öffentlicher Toilette in 250 Metern darunter. Nicht, dass ich jetzt dringend müsste. Nach fünf Stunden Streamen überlegt man sich sowas schon mal. Hier wird nochmal gefragt, wie denn der Kanal von Thomas heißt. Sagen wir auch gerne nochmal. Den findet ihr unter Fluggesellschaft. Und manchmal bist du aber auch für Plane Mania tätig. Aber dein eigener ist Fluggesellschaft. Genau, mein eigener ist Fluggesellschaft. Fluggesellschaft.de, aber ich bin auch als freier Mitarbeiter für Plane Mania aktiv. Nur für diese Woche haben wir entschieden, alles auf Fluggesellschaft.de zu machen. Und so kommt das zustande. Na, wenigstens fliegen ein paar Möwen durchs Bild, während wir hier auf den Lotsen warten. Aber das mit dem Licht ist ja auch super, dass die Sonne noch da ist, aber fast weg. Ja, ist jetzt schön diffus. Also wir hatten vorhin natürlich ein fieses Gegenlicht, als wir nach Finkenwerder rüber gefilmt haben. Das war wirklich sehr herausfordernd. Aber schön, dass du nochmal hier bist. Wir haben das ja schon bei der Berlin Express besprochen. Es ist immer schön, wenn man irgendwie auch einen Gesprächspartner hat. Selbst wenn man nicht so tief in der Materie drinsteckt. Ja, aber Tanya kann ich nicht ersetzen. Ja gut, wenn du das jetzt sagen würdest, würdest du wahrscheinlich auch in der Erde landen. Aber schön, Tanya, dass... Unsere Frauen kann niemand ersetzen. Nee, dass ich dir mal ans Mikro durfte. Danke auch für die Abos. Das ist so diese typische Situation. Man wartet auf etwas und gleich drehe ich mich einmal um und schwupps ist er von Bord. Das ist immer ein sehr schönes Bild, weißt du, wenn der Lotse dann an der Lotsenleiter da runterklettert. Hast du denn zum Thema LNG da schon was gesagt? Weil das war für uns wieder, da hätten wir dich gebraucht als Experte. Wir haben nur so rumgerätselt. Also die CMA, CGM Jacques Sardé war ja tatsächlich das erste Containerschiff, was mit LNG gefahren ist. Es gibt insgesamt neun Schiffe aus der Baureihe. Die sind halt alle nach irgendwelchen französischen Sehenswürdigkeiten benannt. Es gibt auch eine Louvre zum Beispiel. Es gibt auch eine Concorde. CMA, CGM, Concorde. Und kann über 18.000 Kubikmeter LNG bunkern. LNG wird ja dafür auf minus 160 oder 161 Grad runtergekühlt, damit es dann flüssig ist. Und hat dann nur noch ein Sechshundertstel des Volumes, was es gasförmig hat. Das Problem ist, dass LNG natürlich immer noch ein fossiler Brennstoff ist. Der größteils, also wirklich fossil ist. Es gibt wohl auch Bio-LNG, aber da sind sie noch nicht so weit, dass sie die geforderten Mengen erzeugen können. Dann gibt es noch irgendwie Versuche mit synthetischem LNG. Da verlässt es mich dann aber so langsam mit dem Wissen. Also ich habe auch mal versucht, mich in diese Ersatzkraftstoffe in der Luftfahrt, mich damit zu beschäftigen. Aber ich weiß nicht, ob das nicht immer auch so, ja, man versucht da was, ja, aber wenn man es von links nach rechts rechnet, hat man ein paar Ersparnisse. Kennst du das, dass man in der Luftfahrt diese Haifischhaut auf die Flugzeuge drauf macht? Dadurch kann man dann 1% sparen, ja, so ein riesen Aufwand eben. Aber 1% von vielen, vielen hunderttausend Tonnen ist halt auch wieder Gas. Es ist in der Seefahrt, wird halt viel mit den Rümpfen experimentiert. Also wir hatten da schon was hier sehr Markantes bei der Jacques Sardé, ist vorne dieser sehr gerade Bug. Die hat ja keinen Wulstbug. Die Berlin Express, die hat ja so einen klassischen Bug, auch mit dem Wulstbug und da wird halt sehr viel experimentiert. Und da reicht es also auch schon, wenn man 1% an Kraftstoff einspart. Das sind natürlich bei solchen Schiffen dann gleich Dimensionen. Außerdem wird natürlich mit dem Propeller, mit dem Antrieb, mit allem Möglichen wird da experimentiert. Aber letztendlich ist LNG wahrscheinlich eine Übergangstechnologie. Und diesen Bug habe ich auch schon mal bei einer der AIDAs gesehen. Genau, genau. Das hatten wir auch vorhin im Chat. Da hatten nochmal einige drauf hingewiesen. Ich glaube zwei der AIDAs haben auch schon diesen geraden Steven vorne. Der will nicht, der Lotse. Aber was hat der denn da jetzt noch was zu tun, der Lotse? Es kann sein, dass das einfach Papierkram ist. Ah, jetzt kommt was. Genau, da kommt jemand. Jetzt kriege ich noch mein Foto. Es sind auch zwei. Wahrscheinlich ist es der Elblotse und der Hafenlotse. Das ist der Elblotse und der Hafenlotse. Ist auch ganz interessant. Aus Sicherheitsgründen sind die nicht zu zweit auf der Leiter, sondern der oben wartet immer, bis der unten komplett abgestiegen ist. Gut, haben wir das auch. Hat schon mal einer gefragt, wie lange brauchen die jetzt die ganzen Container da runterzuholen oder ist bitte nur ein Teil entladen? Ja, es hängt halt davon ab, wie viel jetzt sogenannte Moves die haben. Okay. Also man spricht immer von Moves. Einmal einen Container rauf oder runter ist ein Move. Und das ist übrigens auch abrechnungsrelevant. Das heißt, hier im Hafen bezahlen die einmal Liegeplatzgebühren und dann zahlen sie noch nach Umschlag. Und das sind halt diese sogenannten Moves. Hier der Kai-Karmenkind schreibt rein. Der vertikale Bug wird auch Dampfbuch genannt, weil damals die Dampfschiffe wie zum Beispiel die Titanic so einen Bug hatten. Haben Vorteile beim langsamen Fahren gegenüber denen mit dem Wulst. Man lernt immer was dazu. Das ist ja das Schöne. Also irgendjemand aus der Community hat dann doch nochmal ein bisschen extra Fachwissen. Also Kai, vielen, vielen Dank für die Hinten. Aber riechst du es hier auch, dass hier gekifft wird? Es sind hier diverse Geruchseinflüsse, die ich auch schon versucht habe auseinanderzuziehen. Und Sascha grüßt live aus dem Fitnessstudio. Oh, nicht schlecht. Bei den Flugzeugen ging es heute auch über was, was wir gelernt haben. Da hatten wir glaube ich auch am Dienstag drüber gesprochen, über diese Rad heißt die. Das ist dieser Propeller, der zum Testen ausgefahren wird, weil er ja bei Triebwerksausfall für Strom sorgt. Und da war die Frage, ob das Ding vom Cockpit wieder eingeklappt werden kann oder ob das manuell geschehen ist. Und da haben wir gelernt, das muss der Techniker nach der Landung dann manuell. Und viele Hamburger kennen den Sound von dieser Rad, von diesem Propeller. Das ist ein bisschen schnarrender Lauter. Weil die hier viel getestet werden. Weil die immer im Endanflug bei dem letzten Test das machen. So, ich mache mal hier den Turboschwenk. Da gehen wir mal ein bisschen abwärts. Ja, da hinten haben wir natürlich immer ein paar Leute mit im Bild. Das ist so ein bisschen der Nachteil hier an dem Standort. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Aber wir zoomen einfach mal so ein bisschen rein Richtung Övelgönne, Museumshafen. Und was man da auch sieht, ist die Schlepperbrücke. Da, wo die ganzen Schlepper liegen. Das Outchill ist groß. Und hier im Dock ist auch was drin. Ja. Sieht richtig groß aus. Ja, und jetzt kommt auch die Info, dass die Maersk gerade den Liegeplatz verlässt. Und die nehmen wir doch auch mit einem Turboschwenk mit. Da ist sie. Die sieht aber auch schon ein bisschen ramponiert aus. Hast du eigentlich so Schiffe, die du regelmäßig siehst? Also jede Woche die oder alle zwei Wochen? Ich weiß ja nicht, wann kommt sowas wieder? Also die kleineren, die siehst du teilweise wirklich alle paar Tage. Gerade so diese Fieder. Da vorne liegt die TTSD. Dann gibt es von Rambo, von der Reederei einige. Vera Rambo, Beate Rambo und so. Die sieht man sehr häufig. Aber selbst hier so die CMA, CGM, Jacques Sardé kommt regelmäßig. Aber die sind natürlich länger unterwegs. Also die sind dann eher so im Dreimonatsrhythmus. Und kann man manchmal so ein bisschen verwechseln. Weil gerade diese Schiffe von CMA, CGM, diese Baureihe, wo es neun gleiche gibt. Und die alle nach französischen Sehenswürdigkeiten benannt sind. Kann man schnell mal vergessen, ob man jetzt die hatte oder dann die. Ja, Concorde würde ich mir merken. Ja, die habe ich hier auch ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ja. Ja, die haben viel lieber gemacht. Ja. 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 Ja, vielleicht kann ich die Zeit nochmal nutzen für ein klein wenig Werbung, denn der eine oder andere kennt ja mein Bildband Seafarers, den haben wir aktuell im Angebot. Und Thomas möchte wissen, ob ich das beruflich mache oder ob mein Job hier eine erweiterte Freizeitgestaltung ist. Ein schöner Begriff, erweiterte Freizeitgestaltung. Bezahlte Selbstverwirklichung. Bezahlte Selbstverwirklichung, das merke ich mal. Guck mal, da ist was für ein Flugzeugfan. Au! Doppeldecker. Ist das eine Antonov? Zwei? Ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung. Ich komme nur mit meiner Kamera nicht da hoch, weil die nicht auf Luft ausgelegt ist. Wo sind die Flatraderexperten? Ich muss selber gucken. Schnell, schnell, schnell. Was ist das denn? Doppeldecker? Ja, um die Frage von Thomas zu beantworten. Also es ist im Grunde genommen so ein Mixting. Ich mache ja sehr viel auf YouTube und ihr wisst ja auch, dass ich viel im Seefahrtbereich mache. Wenn man jetzt wirklich die Zeit hier netto rechnen würde, die wir mit Streamen verbringen, dann kann man das nicht als Berufsbezeichnen. Aber es ist ja dieses Gesamtpaket. Also es ist ja alles, was man da macht. Und ihr habt das gerade gesehen. Natürlich mache ich dann auch Bücher über Seefahrt und so und nutze das dann hier auch die Plattform, um ein klein bisschen dafür wieder Werbung zu machen. Also insofern würde ich jetzt mal sagen, ist das so eine halbe-halbe Geschichte. Die Flugzeugfans sind dabei und haben das Flugzeug definiert. Es ist eine D3 Sunwheel mit dem Kennzeichen D, M-I-R-E, also Romeo Echo, in 1000 Fuß Höhe. Fliegt das hier elbabwärts und entdeckt Markus und Fotodiele. Sehr schön. Ja, ich komme leider mit meinem Setup nicht über Kopf. Ist nicht auf Flugzeuge ausgelegt. Das ist ja auch schön. Ist denn das schon mehr als jetzt auf dem Fieder oder das ist ein richtiges Containerschiff? Ne, das ist schon ein Containerschiff. Also ich weiß nicht genau, wo da jetzt so die Grenze liegt, aber ich glaube beim Fieder ist es ja eher die Route, die sie fahren. Das heißt, die Fieder fahren ja oft auf kleinere Strecken. Jetzt haben wir tatsächlich was Besonderes. Das ist eine Eurowings, die hat gerade ein Durchstartmanöver am Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel gemacht. Das ist die Eurowings aus Palma EW 7593 und fliegt jetzt hier über den Hafen raus. Ich muss noch mal drehen. Und was hat die gemacht? Ein Durchstartmanöver aus weiß ich nicht Gründen. Muss man schon mal durchstarten, go around. Ein Durchstartmanöver? Durchstartmanöver. Durchstartmanöver. Ja, durchstarten sehen wir bei Schiffen seltener. Was? Was ist hier alles los aus heute? Aber was auffällig ist, sehr sehr viele Maerscontainer auf dem kleinen Dampfer. Ja, assistiert mal wieder von einem Fairplay-Schlepper. Thomas, jetzt gleich erstmal eine Kiez mischen. Ich habe schon die Aufforderung bekommen, danach zu fragen. Das wollte ich aus Höflichkeiten natürlich nicht machen. Wurde ja von Sebastian bestellt. Ja, vielen, vielen Dank. Von mir aus gerne. Ich habe Feierabend. Ja, und ich trinke auch im Stream. Das haben wir tatsächlich einmal vor sechs Jahren gemacht. Und danach haben wir gesagt, nie wieder trinken und streamen. Dankeschön. Einige schreiben es schon. Also so ein bisschen Farbe auf dem Dampfer würde das Ganze doch etwas freundlicher aussehen lassen. Über dieses Maersk-Blau lässt sich aber auch streiten, oder? Das hat ja Gläut-Orange finde ich da irgendwie attraktiver. Ich finde die Maersk-Schiffe jetzt auch nicht so super hübsch. Aber ich trinke dir jetzt nichts weg, ne? Nein, nein, nein. Alles klar. Er macht mal eine schöne Pirouette. Und Tourney schreibt es gerade, die Batur fährt nach Kolumbien. Und ich würde sagen, wenn das Schiff nach Kolumbien fährt, dann geht es auch nicht mehr als FIDA durch. Also FIDA ist ja im Prinzip sowas wie ein Zubringer. Genau. Prost, Thomas. Schön, dass du da bist. Prost, Party. Vielen, vielen Dank. Nach Kolumbien braucht die aber auch ordentlich Zeit, ne? Was ist das zwei, drei Wurm? Ja, es kommt hin. Oh, eine interessante Info kommt vom Basti. Und zwar geht die AIDA Zoll am Sonntag ins Dock Elbe 17. Basti, wenn du noch eine Uhrzeit dazu hast, dann hast du ganz fett einen Gut bei mir. Also, Thomas, für dich zur Info, das Dock Elbe 17 ist das ganz große Dock, was wir da vorne haben. Wo jetzt einer schon drin ist, ein Schiff, ne? Das kann sein, da habe ich nicht nachgeschaut. Und das ist halt ein besonderes Schauspiel, weil das Tor, das wird halt mit Schleppern rausgezogen, das schwimmt ja auch. Und wenn da halt so ein Schiff wie so eine AIDA reingeschoben wird, dann steht die also quasi wirklich quer an der Elbe und hängt fast auf den Landungsbrücken. Das möchte ich sehen. Hast Zeit am Sonntag. Also sagen wir mal so, ich bin verabredet für Sonntag 17 Uhr, aber derjenige, mit dem ich verabredet bin, ist auch schiffsverrückt. Der würde sich dann mit uns hinstellen. Muss man den Ort wechseln, ja. Sie haben uns auch schon mit Fischbrötchen am Schiff stehen. Ja. Ja, wir sagen virtuell Prost auch an alle, die jetzt ein Getränk am Start haben. Kann ja auch ein Kaffee oder ein Tee sein. Anche zum Beispiel. Ja, und mittlerweile ist auch das Gegenlicht hier ganz schön. Das heißt, wir können jetzt die Mersquator da mal ein bisschen in den Sonnenuntergang fahren lassen. Aber hat das was zu sagen, dass alle Container hinten weiß sind? Äh, ne. Also sind die Mersquator? Ne. Aber Zufall auch nicht, ne? Irgendwie vielleicht Marketing? Ich kann es hier nicht sagen. Ne, also Marketinggründe wird das nicht haben. Keine Ahnung. Das Schiff ist leichter von hinten zu sehen. Gibt es keinen Auffahrunfall? Guck mal hier, Martin, äh, der Papptransit kennt sich ja auch mit Schiffen aus. Ne. Er schreibt nämlich, das Blau von Mersk ist besonders. Die Farbe wurde extra für die entwickelt und konnten sie sich sogar schützen lassen. Also wahrscheinlich so ähnlich wie das, ist nicht das Magenta von der Telekom auch eingetragen? Ja, denke ich so. Ich glaube, Lufthansa mit dem Blau da auch irgendwas gemacht. Wusstest du, dass Lufthansa mit zwei dunkelblauen Varianten unterwegs ist? Das erste Blau war zu dunkel, das müssten ja etwas aufhellen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass sie was neu lackieren mussten. Es gibt noch diese Fruchtzeuge. Genau, aber dann wird es das sein. Ja, und Rudi füttert schon mal an mit 5,99, freut sich auf Sonntag. Also ja, also falls wir da noch eine Uhrzeit haben. Ich finde das immer super, wenn die Zuschauer das Programm machen, ja? Hörenrocks hat das aus irgendeinem Forum, dass das wohl für ETA 1800 geplant ist. So sagt man ja im Schiffsjargon, ich glaube bei den Fliegern genauso. Haben wir gemeinsam herausgefunden. Und da wird dann ja auch 1800 gesagt, 1700. Kommt da noch was Besonderes oder wollen Sie nur einen Sonnenuntergang? Ja, das Besondere ist eigentlich schon durch. Wir warten jetzt noch gleich auf die Athanian, die kommt noch um jetzt. Also eigentlich sollte sie um 18 Uhr auslaufen. Müsste bald kommen. Besonderes? Naja, hier sind zwei so riesige Containerschiffe gekommen. Zwei so, genau, die sind reingekommen, die haben hier gedreht. Ja, und jetzt überbrücken wir die und die Zeit ein klein bisschen. Genau, weil die sind dann ja sehr dicht hier. Ja. Mir waren vorhin schon die Schlepper aufgefallen, die uns entgegenkamen, den beiden. Und dann kam erst die Emma und dann das Ding. Ja. Alles klar. Danke, bis dahin. Und Martin schreibt, dass Maersk auch mit einer Passagier-Airline eine Zeit lang unterwegs war. Daher der Exkurs. Und da fällt mir ein, Habak-Lloyd hatte ja auch eine eigene Fluggesellschaft. Ja. Und die Flitzpiepe haut auch nochmal fünf Euro raus. Ich glaube, da müssen wir nochmal hier ein Horn auf den Tisch hauen. Es gibt total viele Parallelen zwischen der See- und Luftfahrt. Das ist immer wieder faszinierend. Martin ist ja unsere APU. Das ist das Aviation Phone Unit. Euer Telefon-Joker. Euer Telefon-Joker. Und da schreibt es auch nochmal, Habak-Lloyd ist dann in TUI übergegangen. Ja. Wobei es ja Habak-Lloyd Cruises gibt. Und es gibt ja TUI, also als Rädereien im Kreuzfahrtbereich. Ich weiß nicht, ob die noch was zusammen zu tun haben, aber es gibt Habak-Lloyd Cruises und TUI. Also das sind ja die Main-Schiff bei TUI und die Europa und so weiter bei Habak-Lloyd. Ich kann mir nicht vorstellen, dass TUI das komplett ausgegliedert oder verkauft hat, sondern das ist eine Untermarke des TUI-Konzerns. Eine sehr, sehr gute Marke. Definitiv. Welche? Welche? Die Habak-Lloyd Cruises? Habak-Lloyd als Fluggesellschaft und Cruises genauso. Ist ja ein Luxus-Kreuzfahrtanbieter. Und du meinst die gar nicht zur TUI? Ich hoffe, dass die sie nicht verkauft haben. Hm. Also, das weiß ich nicht. Die Karte hat das KDB verkauft. Ich bin mir sicher, dass das gleich jemand im Chat uns mitteilen wird. Das weiß jemand. Ich glaube, Martin guckt nochmal nach. Ja. Postbüdel schreibt, dass er gerade den Seafarers Bildband bestellt hat. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Verpack ich gleich morgen früh. Wird morgen von Tanja verpackt. Gibt eine Gerda. Ich habe heute ein bisschen weniger Equipment dabei. Unter anderem auch nicht das iPad mit dem Marine Traffic. Vielleicht mag ja mal jemand mit einem Auge auf Marine Traffic schielen, ob sich bei der Artanja schon was bewegt. Jetzt wird es kompliziert. Andreas Wilhelm versucht es hier mal aufzuklären. Hapag Lloyd Cruises gehört zu TUI Cruises. TUI Cruises gehört zu 50 Prozent der TUI und zu 50 Prozent Royal Caribbean. Okay. Ist Royal Caribbean nicht auch wieder bei AIDA? Ne, das ist Carnival. Carnival ist glaube ich AIDA. Costa ist glaube ich die Mutter von AIDA. Costa ist nochmal oben drüber. Genau. Verrückte Touristica-Welt. Jeder verkauft jeden und kauft die dann wieder. Das hatten wir ja auch, dass die Condor früher mal Jahrzehnte zu Lufthansa gehört. Und jetzt, ja. So und das ist nicht Willi. Willi ist ja schon durch. Aber so ähnlich wie Willi. Das sind Willis Freunde, die da kommen. Genau. Der Weltentdecker hat sie auf dem Radar. Ist noch nicht los in Steinwerder. Die Artania. Hast du denn zur Artania auch was vorbereitet? Oder sollen wir nochmal was zusammensuchen? Kann ich gleich. Also ein bisschen was habe ich. Mir sagt das gar nichts. Ich kenn mich auch nicht so aus im Kreuzfahrtmarkt. Kreuzfahrt ist jetzt auch nicht ganz so meine Branche. Hier schaut ja öfter mal der Basti von Cruisechips Germany zu. Der kennt sich da ein bisschen aus. Aber die Artania ist ja schon ein relativ altes Schiff. Das ist Anfang der 80er Jahre gebaut. Ich muss mal die Kamera irgendwo hinstellen, dass ich nicht die ganze Zeit mitschwenken muss. Weil dann ist es schwer. Ich finde das so schön. Da ist schön, ne? Ja. Genau. Gehen wir da hinten wieder auf den Museumshafen. Also die Artania ist schon verhältnismäßig alt. Und die wurde sogar 1984 unter einem anderen Namen getauft. Die hieß ursprünglich Royal Princess und wurde damals noch von Prinzessin Diana oder Diana getauft. Ja, ja. Ich glaube in Southampton. Also so alt ist sie schon. Wahnsinn. Fährt unter Nassau-Flange und ist 230 Meter lang ungefähr. 231. Hat eine Breite von 30 Meter. Ist schon groß. Ja, ist schon amtlich. Und hier kommt die Frage, ist Tanja schon abgehauen? Nein, Tanja ist noch nicht abgehauen. Ich habe nur mein Mikro abgegeben. Genau, wir haben leider nur zwei Mikros. Wir müssen irgendwann mal... Ich habe schon genug geredet für heute, ne? Aber du bist die Expertin und schaust immer verrückt nach mehr mit Monat. Porten Hansen. Das stimmt. Ja. Und die Tanja fährt übrigens nach Portsmouth oder Portsmouth. Wie auch immer man das ausspricht. Und die macht glaube ich, ich weiß nicht, die macht so eine, irgendwie so eine Whisky-Tasting-Reise. Ich weiß nicht, ob das diese jetzt ist, aber es gibt mit der Tanja so eine Reise, die irgendwie da oben so Schottland und so geht. Whisky und Teep-Time. Das war die Europa? Ne, das war die Europa, genau. Stimmt. Stimmt. Ja, 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 ja. Eine Themenreise unter Europa. Ja, ja. Und Speedys Fahrradkanal haut auch nochmal fünf Euro raus. Vielen, vielen Dank. Was? Lustiger Name ist Speedys Fahrradkanal. Irgendwas ist immer im TV. Ja, schreibt doch mal gerne rein, wie ihr uns eigentlich jetzt hier schaut. Weil mich interessiert das im Flugbereich immer gerne. Es gibt etliche, die das auf ihren großen Fernseher oder gar Beamer an die Wand setzen. Ja. Und das finde ich ja auch immer. Dann streng ich mich besonders an, dass ich nicht so wackelig filme. Da kann man das Bild dann nur vergeigen. Ja. Ich guck mir das manchmal auch auf dem Riesenfernseher an und dann ist die Selbstkritik sehr hart. Ja, bei der Artania scheint sich noch nichts zu tun, hat auch eben jemand im Chat geschrieben. Viele Doppelgucker auch, die zwei Sachen aufhaben, den Chat extra auf dem Tab, auf dem Tablet. Gelten die dann als zwei Live-Zuschauer? Google scheint oder YouTube scheint das auseinander zu hauen und wirklich zu sagen, das ist eine IP-Adresse und nur ein Zuschauer. Oder ein User, der angemeldet ist. Ein User, der zwei Bildschirme aufhält. Also das hörte ich mal. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Die, die inkognito unterwegs sind, die werden doppelt gezählt. Sonst relativiert das ja die Zuschauerzahlen ganz schnell. 65 Zoll TV. Ja und Rudi schreibt, das Bild ist sehr gut. Vielen, vielen Dank Rudi. Wir geben uns immer Mühe. Also vorhin war das Licht natürlich eine echte Herausforderung, aber jetzt mittlerweile ist das, glaube ich, ganz schön. Wir haben ein schönes, diffuses Licht von hinten. Also wenn die Artania hier in der nächsten halben Stunde kommt, müsste das eigentlich ganz nett aussehen. Sonnenuntergang ist 19.10 Uhr ungefähr. Und der Screamest schreibt, die Artania fährt heute erst um 19 Uhr los. Naja, ist auch okay. Was könnte der Grund für solche Verspätungen sein? Also es gibt verschiedene Gründe. Also einmal natürlich, dass irgendwie an Bord was ist, entweder passagiermäßig, es ist noch nicht jeder da. Also es kann aber auch, was wir zum Beispiel jetzt Anfang der Woche hatten, es kann natürlich auch sein, dass ein großes Containerschiff kommt. So. Und die sich auf der Elbe nicht begegnen können. Und dann müssen die abwarten, also müssen dann berechnen quasi, wo können die sich begegnen. Und da hat sich die Abfahrt von der MSC Preziosa um wie viele Stunden verschoben? Um drei? Fassinnig. Irgendwie. Zu viele. Ja. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Hat die Verspätung? 19 Uhr. Äh, die Artania jetzt wohl 19 Uhr. Und jetzt schreibt da noch jemand, ein Fieder kommt wohl noch von rechts. Guck mal hier, Tommi hat eine Info und der Sebastian Kolzer hat es auch reingeschrieben. Die hatten wohl um 18 Uhr eine Sicherheitsübung. Könnte denn die Notfallübung die Abfahrt verzögern? Oder hat man eine Abfahrtverzögerung und macht dann einfach die Notfallübung schon mal? Aber vielleicht sind viele bei der Notfallübung durchgefallen, die müssen sie nochmal machen. Da sind welche durchgefallen. Das kann sein. Ihr geht jetzt von Bord oder ihr müsst den Test wiederholen. Aber es ist nicht gerafft. 18 Uhr ist Essenszeit, da kann ich nicht zur Notfallübung gehen. Auch nicht halten die Hunde durch. Das ist ja manchmal auch bei diesen Kreuzfahrtschiffen, dass du dann diese Essensseiten einhalten musst. Und du bist dann um 18 Uhr da vor einer Tür und kratzt da schon rum. Aber da schiebt sich noch ein Fieder ins Bild. Da schreiben auch schon einige. Sehen wir hinter dem Schlepper. Du musst auf den Monitor gucken, dann siehst du das. Genau. Thomas guckt rechts, links. Wo könnte denn ein Fieder sein? Ich gucke überall hin, aber ich raff gar nicht. Aber das ist immer, wenn man vor Ort ist bei einem Livestreamer. Also ich war ja auch öfters schon mal Gast bei anderen, die jetzt in Frankfurt waren oder so. Wenn man vor Ort ist, kriegt man am allerwenigsten mit. Deswegen ist das Schöne, dass du mich mit einbeziehst, nochmal herzlichen Dank. Und dass ich jetzt den Chat mitlese. Ohne den Chat würde ich gar nichts mehr verstehen. Auch nochmal interessant hier von Frank Müller die Info, dass die Artania nur Außen- und Balkonkabinen hat. Ach. Also keine Löcher. Das ist ja nicht schlecht. Ja, sehr schön. Und er schreibt es auch, schönes, klassisches Kreuzfahrtschiff. Also da merkt man halt auch, dass das einfach aus den 80er Jahren ist. Da war das alles noch ein bisschen anders. Und ich mag das ja auch. Also wenn die Schiffe so ein bisschen klassisch aussehen, auch nicht so riesig sind. Es gibt ja jetzt diese Icons of the Sea, hast du vielleicht gelesen. Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt wird gerade gebaut. Das könnte absteigen sein. 7000 Passagiere. Wie viel Crew haben die an Bord? Also da sind mir 10.000 Toy lieber. Ich habe lieber diese Vorstellung, wie 1984 Prinzessin Diana dieses wunderschöne Kreuzfahrtschiff getauft hat. Und das macht auch richtig Lust, das dann gleich zu sehen. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast ein Containerschiff mit 10.000 Toy. Und wenn dann jeder Passagier einen Container als Kabine hat, wäre platzmäßig nicht schlecht. Was ist das für ein Geräusch? Das war die Rad. Ach. Ja, das Ding surrt auch ein bisschen. Aber ist das nicht komisch, dass das beim Abflug rausgeht, das Ding? Nein, das haben die gerade in der Höhe rausgemacht. Da hieß es jetzt, also Test beginnt, raus mit der Rad und gucken, wie viel Power die jetzt liefert. Also da ist jetzt bei diesem Flugzeug, was über uns hinweg geflogen ist, dieser kleine Propeller rausgeklappt worden. Und das? Schnorrt ein bisschen. Ist die, ja hier sieht es aus wie eine Indigo. Das ist ein Airbus A320neo auf jeden Fall mit dem Kennzeichen DAVZI auf 3600 Meter Fuß Höhe. Und die haben das ja gerade rausgeholt, was wir erzählt haben. So, wer kommt denn da? Die Katharina Schepers. Dieser Fieder ist übrigens auch einer, den du sehr oft siehst hier im Hafen. Wer ist Katharina Schepers, frage ich mal so. Das ist der Fieder, der da kommt. Ja, das Schiff heißt so, aber warum ist, wer ist diese Person? Das ist vielleicht die Tochter oder Frau von der Reederei Schepers. Ist übrigens sehr üblich, also so gerade die kleineren Reedereien, also zum Beispiel auch, gibt es ja Reederei Bernhard Schulte. Und da gibt es viele Schiffe, die heißen, ich weiß es jetzt nicht, Anja Schulte, Christoph Schulte, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ist nicht unüblich. Muss ich jetzt auch wieder mit der Parallele zur Luftfahrt nerven. Das gibt es nämlich da auch. Und es gibt von Sundair ein Flugzeug, wo die Tochter des Sundair, ich weiß nicht, CEO oder Besitzers, auch verewigt wurde im Kennzeichen. Das ist die D. Anna. Ah, okay. Die hat die spezielle Lackierung, Katha macht Urlaub. Alle Flugzeugfans wissen, von wem ich spreche. So, jetzt gebe ich Tanja mal das Mikro und jetzt kannst du dich mal einen Moment mit Thomas unterhalten und ich esse noch mal was. Da ist aber nichts Tolles drin, was du glaub ich machst. Schmatz, Schmatz. Sag mal, hat denn nicht auch jemand noch gesagt, dass ein Beluga noch landet, aber das sehen wir von hier aus. Es müsste noch ein Beluga kommen, ja. Genau, der müsste aber im Anflug irgendwie sein, weil der war vorhin schon in Bremen. Ja, jetzt bin ich natürlich derjenige, der das sagen muss, aber ist schon einer da. Also aktuell ist einer da. Also alle, die rund um. Ups, ich rufe mich an. Schneller eine Portion Vampire. Ich hätte noch meine APU an. Ja, also Beluga müssen wir suchen auf dem Radar. Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Also es hat irgendwie vorhin einer geschrieben, dass noch einer landet. Ja, es sollte abends noch einer kommen. Aber ich glaube, als du weg warst, ist auch noch einer, fuhr da noch rum. Ich weiß nicht, ob der da nur rum fuhr oder ob der vielleicht irgendwo. Ich bin mir sicher, dass es nur wenige Sekunden dauert, bis wir im Chat die GPS wollen machen. Ja, die ganzen Flugzeugfans sind ja da. Das verlangt der Chat den Telefonjoker, ja. Das war er diesmal aber nicht. Das entwickelt sich bei uns aber auch irgendwie zum Running Gig. Also der Martin hat mich heute über Stunden begleitet. Weil das war ja sonst auch nicht so viel los im Pinkenwerder. Und ich freue mich sehr, dass er die Zeit hatte. Es steht noch eine in Bremen. Das sollte man auch nicht verwechseln. Von Bremen geht es dann auch zu einem anderen ausländischen Airbus-Standort. Die fliegen ja nicht von Bremen nach Hamburg dann. Und für alle, die das nicht wissen, über was wir hier reden, das war die APO im Flugstream. Das ist unsere Aviation Phone Unit. Da ruft bei mir im Flugstream jemand an, der Martin oder jemand anders, sich auf eine Person begrenzt. Und versorgt uns mit tollen Informationen. So, dann brauchen wir hier auch noch. Das hatte Paddy ja gesagt. So ein APO. Das ist längst gesetzt, dass das kommen wird. Ich bin sehr gespannt, wie du das umsetzen wirst. Aber ich möchte echt einen älteren Kapitän mit Rauschebart und Hamburger Slang haben, bitte. Wenn ich einen Wunsch absetzen mag. Da lässt sich bestimmt einer finden. Auch nur einer, der nur so tut, als wenn er das wäre. Genau. Am Telefon siehst du ihn ja nicht. Kann auch mit zweiten Namen Käpt'n heißen. Genau, es steht noch eine in Madrid. In Finkenwerder, die nach Madrid geht so. Ja. Das ist die FGXLJ. Danke, der Weltentdecker. Dann gucke ich mal nach der. Das ist so super. Der Niklas ruft immer an. Komischerweise habe ich genau das gleiche auch eben gedacht. Und wir haben ja noch unseren Käpt'n Uwe. Ja, Uwe. Wenn ihr den Stream auf der Barkasse gesehen habt. Uwe Fiedler. 40 Jahre zur See gefahren. Jetzt in Rente. Der ist auch ein guter Geschichtenschmacker. Schande über meinen Haupt. Der Chat ist wieder schlauer als derjenige, der meint, er wäre der Flugexperte. Das ist tatsächlich eine, die kommt aus Bremen, was du gerade gesagt hast. Und fliegt nach Hamburg. Finkenwerder fliegt. Ist das nicht schlimm, dass der Chat immer schlauer ist? Diese tolle Städtepartnerschaft Bremen-Hamburg muss ja auch per Flugzeug aufrechterhalten bleiben. Was ist das denn? Von Bremen nach Finkenwerder. Kann ja noch nicht lange dauern, die ist schon unterwegs. Ja, in der Zwischenzeit beobachten wir die Katharina Schäfers hier. Den kleinen Fieder, der hier langsam die Elbe runtertuckert. Mittlerweile bin ich ja ehrlich gesagt ein Freund von diesen Fiedern. Mag die wirklich ganz gerne, weil sie natürlich auch so ein bisschen das Hafenbild beleben. Das sind zwar jetzt nicht so diese gigantischen Schiffe, aber sie sind teilweise wirklich schön. Dieser Dampfer hier zum Beispiel, muss ich sagen, gefällt mir ganz gut. Und dieses Design vorne am Bug ist wahrscheinlich immer Windschnittigkeit. Das hat ja nichts mit Wellen zu tun, oder? Ja, das kann beides sein. Also diese Fieder, die fahren ja nicht so schnell. Ich denke mal, Wind ist bei denen nicht so das Riesenthema. Es kann durchaus sein, dass das auch zusätzlich als Wasserschutz ist, weil da vorne ja auch gearbeitet wird. Und dass man einfach da nochmal ein bisschen das höher gezogen hat. Es gibt aber auch sehr große Containerschiffe, wie zum Beispiel von One. Die Innovation, die haben wir auch gesehen, die hat so ein riesiges weißes Schild vorne. Und das ist tatsächlich für, damit sie besser durch den Wind geht. Ich glaube, dass bei der Größe das jetzt nicht unbedingt des Windes wegen gemacht wurde. Der Bass hier bietet sich an, als der Wind in den Wind. als Telefonjoker für Kreuzfahrtfragen. Ich werde das irgendwann mal angehen und technisch umsetzen. Im Winter habe ich ja viel Zeit. Ja, ihr habt noch keine Saison durchgestreamt, ne? Euch gibt es ja erst seit dem Frühjahr? Februar, glaube ich. Februar oder März. Ich glaube, im Februar haben wir den ersten gemacht. Aber ich glaube, wie stehst du denn hier im Überlebensanzug? Sabrina schreibt auch rein, wir sollten mal wieder zum Thema Schiff kommen und uns nicht mit den Flugzeugen so viel beschäftigen. So ein bisschen okkupiert. Sorry nochmal. Hamburg ist halt ein toller Logistikstandort und ob es jetzt per Straße, Schiene, Schiff oder Flugzeug steht. Moin! Das ist klasse. Ja, danke. Ja, auch klasse. Hier kommen welche, die haben hier am Elbstrand gegrillt und gefragt, ob wir noch Hunger haben. Das waren Pilzspieße. Guck mal, was man jetzt auch sieht, die Katharina Schepers, die fährt gar nicht raus, sondern die ist wahrscheinlich da hinten irgendwie vom CTA oder vom Tollerort gekommen und fährt jetzt hier zum Urchard-Kai oder Eurogate, eins von beiden. Das heißt, sie transportiert jetzt einfach Container von Terminal zu Terminal. Das ist so, wie die Beluga von Bremen haben. Und das ist natürlich, also was halt ganz bemerkenswert ist, die Wendigkeit von den Schiffen. Also die legen komplett selbstständig an. Man sieht keine Schlepper, Lotsen sowieso nicht. Also im Prinzip, das ist, als wenn die eine größere Hafenfähre fahren. Aber wenn ich länger darüber nachdenke, macht das auch Sinn, ja? Ich würde das ja gar nicht alles als Lastwagen-Transport hier durch das Hafengelände haben. Nee, also auch auf dieser Katharina Schepers, vielleicht mag das mal kurz jemand nachschauen, aber ich gehe mal davon aus, dass da auch irgendwie so, ähm, es ist ganz schwer zu schätzen, aber ich schätze mal ein paar hundert Container sind da auch drauf. Ich finde das ganz schwer, also wenn du es jetzt einfach anhand des Bildes schätzen würdest, würde mal sagen 300, 400 Toy. Also in den Kategorien, wo du denkst, da schalte ich immer ab, da komme ich nicht mit. Aber schaut bestimmt mal jemand, äh, schaut bestimmt mal jemand kurz nach. Was ich lustig finde, ist, dass Rettungsboot so ein Grumpy Face hat irgendwie. Tatsächlich. Ja, stimmt. Das Grumpy, Grumpy Rettungsboot. Ja, sehr gut entdeckt. Passt zu Halloween, was da bald kommt, ne? Ja, stimmt. Stimmt. Das mürrische Rettungsboot. Das entdeckt man nur, wenn man mit sehr... Passt ein bisschen, passt zu unserer Möwe. Das entdeckt man, wenn man mit sehr kleinen Bildschirmen unterwegs ist. Ich dachte nicht, das sieht man so was. Andreas fragt, wofür die schwarz-blauen Riesentender gegenüber sind. Was für Riesentender? Er meint bestimmt Fender. Er meint bestimmt die Fender da vorne. Ach, die? Ja. Können wir ja mal drauf gehen. Du meinst bestimmt diese Fender. Richtig? Das sind sogenannte Rollfender. Die rollen halt, also wenn das Schiff angelegt hat und den Fender an die Pier drückt, dann rollen die mit rauf und runter mit den Gezeiten. Und warum die da jetzt liegen, das weiß ich nicht. Es kann sein, dass die da immer liegen oder vielleicht schon für die Berlin Express da hingebracht wurden. Also mir sind die ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Oh, hier kommt es. 1036 Toy hat. Und du warst bei 300 oder was hast du gesagt? Ja, ich hätte jetzt ein paar hundert gesagt. Also unheimlich schwer zu schätzen. Ups, unscharf und auch noch mit Schwenk. Aber wir kommen wieder rein. Na, so, da ist es. Ja, Katharina Schewers, also ist schon abgefahren, 1000 Container. Ja, und du hast das eben schon richtig gesagt. Stell dir mal vor, du müsstest diese Container im Hafengebiet mit LKWs von A nach B bringen. Furchtbar. Also ist ja jetzt schon furchtbar, wenn du über die Kölbrandbrücke fährst und so weiter. Und wenn die jetzt wirklich, sag ich mal, irgendwie so 50 oder 100 Container hin und her fährt. Und manche, die pendeln also sehr viel hin und her. Also es kann auch sein, dass einige hier so mehr oder weniger Hafendienst machen. Kannst du mir mal eine Sache von der Jacques Sade erklären? Da sind ja jetzt diese Kräne, die sind jetzt, welche sind denn da jetzt aktiv? Also wenn das so hochgeklappt ist, dann ist da Pause. Und wenn der Ausleger unten ist, dann ist die Aktivität. Genau, also wenn der Ausleger unten ist, dann wird da irgendwann mal gearbeitet. Also aktuell sehe ich jetzt noch keine Bewegung, obwohl ein Container hängt hier schon drunter. Ah ja, genau da. Kann natürlich auch sein, dass da gerade Schichtwechsel ist. Ich finde das so von außen jetzt erst mal relativ langsam. Aber wahrscheinlich geht die Action später los. Während da drüben... Naja, die hat ja gerade erst angelegt, die Jacques Sade. Das dauert halt auch immer ein bisschen. Die müssen ja erst mal Papierkram machen und so. Guck mal, jetzt geht der Container, jetzt bewegt der sich. Das ist zum Beispiel teilweise in asiatischen Häfen ganz anders. Da ist das Schiff gerade an der Pier. Dann mit dem Spreader bringen die die ganzen Stevedore an Bord. Also Spreader ist ja das Ding, was unter dem Kran hängt, weil der sich so auseinander spreizen lässt für die Container. Und dann springen die da oben drauf, quasi auf das Ding, womit die Container gepackt werden. Da ist oben so ein Korb. Und dann hieven sie die alle auf das Schiff. Stevedore sind ja die Hafenarbeiter und die machen die Laschung. Also die Laschung, also du siehst ja hier, dass die Container, die sind ja hier zumindest die unteren Reihen. Guck mal, da siehst du zum Beispiel, da sind Stevedore zugange. Und die sind teilweise mit so langen Stangen unterwegs und müssen die Container lösen. Weil die sich verkantet haben oder weil da irgendwelche Mechanismen sind, die gelöst werden? Nee, also Container sind aufeinander gestaut mit sogenannten Twist-Locks. Das sind so eine Art Schnappverschlüsse, so ein Konus mit einem Schnappverschluss. Und da gibt es automatische und halbautomatische. Und die halbautomatischen, die müssen immer noch von Hand geöffnet werden. Das heißt, da musst du zu jedem Container jemand hingehen. Die haben dann so eine Lasche da dran und an dieser Lasche musst du ziehen. Und damit diesen Twist-Look entriegeln. Wahnsinn. Und das sind, die kommen vom Hafen. Die nennt man halt auch Stevedore. Und die sind wirklich, also wenn du da irgendwo in Asien bist, dann sind die also wirklich in Nullkommanix an Bord. Ja, und Thorsten 249 erwünscht sich ein unscharfes Bild. Nein, Bild ist etwas unscharf. Ja, kann einfach daran liegen, dass es langsam dunkel wird und wir mal vom Autofokus weg müssen. Jetzt müsste es besser sein. Nicht, dass ich da einen Vorwurf machen wollte, dass sie irgendwie zu langsam arbeiten. Aber für mich ist das total schwierig, sich vorzustellen, welche Geschwindigkeit müssen die eigentlich haben, um Zehntausende Container zu be- oder entladen. Und man sieht dann immer gemütlich pro Minute so einen da mal rüber. Nee, also das ist jetzt gerade, die haben noch nicht Fahrt aufgenommen. Okay. Also das geht dann schon irgendwann flotter. Also keine Ahnung, was da jetzt noch los ist, was da jetzt der Grund ist. Hier war vorhin noch eine Frage von Ihnen. Bernd, was wird auf dem Parkplatz vom Altona-Cruise-Terminal aufgebaut? Weißt du da irgendwas? Nö. Passiert da was Besonderes vielleicht? Altona-Cruise-Center. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, Niklas rauscht auch schon wieder von links an. Die Welle nimmt auch zu. Jemand hat auch noch geschrieben, dass der Beluga gleich kommt, aber den sehen wir wohl nicht. Na ja, wir müssten es halt wissen, weil wenn wir ihn hier sehen, dann sehen wir ihn für drei Sekunden und dann setzt er auf. Ich kann dir zehn Sekunden vorher Bescheid sagen. Vielleicht können wir den ja noch mitnehmen. Wenn es passt. Der ist in sechs Minuten da, laut Radar. Ja, dann Katharina Schepers manövriert da noch ein bisschen und hier kommt unser liebster Fährenfahrer wieder. Ja. 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 Und die Fähre fährt jetzt rüber zum Bubendai-Ufer, da wo wir ja auch häufig stehen. Das ist da hinter der Tonne, da seht ihr den Anleger Bubendai-Ufer. Weißt du, was witzig ist, der Beluga kommt, der macht nämlich hier um eine Drehung, da oben ist er. Wo? Da oben? Das ist da der Beluga. Toll, wie erwische ich den denn jetzt? An der Ecke von der Wolke, da ist er. Aus Bremen. Ja, aber der dreht ja nochmal, ne? Der dreht ja nochmal, ja. Der ist ja jetzt ein bisschen weit weg. Das sieht ja ein bisschen Unstand aus. Ich glaube, dass der nochmal über die ganze Stadt fliegt. Also alle Hamburger, wenn ihr jetzt auf den Balkon geht, da kommt ein Beluga XL, das große Beluga Flugzeug. Aber Thomas, du weißt schon, dass die Hamburger hier fünfmal am Tag Belugas über ihren Köpfen haben. So ein Flugzeug ist immer eine Pracht. Und du weißt, wenn ich bei mir im Büro sitze, dann guck ich aus dem Dachfenster und dann weiß ich sofort, wer ein Beluga kommt, weil das ist nämlich das laute Ding. Das macht eine richtige Hamburg-Tour jetzt einmal rum, Richtung Wilhelmsburg. Also der Anflug ist für mich jetzt total anders als alle anderen heute. Weil die, die anderen Anflüge, die waren heute über Pinneberg und dann Böningstedt und dann in so einer Rechtskurve am anderen Flughafen vorbei, Fuelsbüttel. Und jetzt dreht er rechts rum und macht dann eine riesengroße Linkskurve. Hier kommen Grüße aus Ostwestfalen. Meine alte Heimat. So, ich werde mal hier einmal rüberschwenken. Ey, ist der dagegen gefahren? Nein, ne? Doch, der ist dagegen gefahren. Der ist dagegen gefahren. Die Katharina Schepers hat den, habt ihr das gehört gerade? Nein, das war nicht. Nein. Nein, ne? Nein, die ist da nicht gegen gefahren. Aber er ist komisch rückwärts in diese Richtung des Schiffes gefahren. Ja, aber das sind doch immer die Geräusche von den Containern. Eigentlich war das, oder wenn ein Container mal in diesem Schacht einmal runterfällt oder was? Keine Ahnung. Aber ich fand es jetzt relativ laut. Es war, es war laut. Ja. Das war lauter als normal. Also man kann es natürlich jetzt aus dieser Position nicht sehen. Darf ich denn mal fragen, was hat dieses Schiff denn jetzt vor? Möchtet es dahinter einfach? Ich nehme an, dass der dahinter will. Ach so. Wir haben keinen Wind. Wir haben keinen Seegang. Ah. Also. Aber wenn der Käpt'n zum Beispiel Schiffs-Livestreams während der Arbeit guckt, dann kann sowas passieren. Also es ist halt auch unheimlich schwer, die Entfernung abzuschätzen. Vielleicht kann mal jemand auf Marine Traffic gucken. Wobei auch da ist teilweise die Position nicht so genau. Manchmal siehst du auch auf Marine Traffic die Schiffe übereinander gestapelt. Also das ist auch nicht so auf dem Meter genau. Und hier haben wir von OM-Service nochmal einen super Chat mit einem FC St. Pauli Logo. Extra für Thomas. Vielen, vielen Dank. Du hattest dich als HSVer geoutet letztes Mal oder willst du das nicht sagen? Doch, ich bin HSV. Ja, also wir wissen es nicht. Also man kann nur spekulieren. Es war verhältnismäßig laut und ich kann es mir nicht vorstellen. Also Bordwaden sieht noch gut aus, ne? Ja, ist alles gut. Das ist Design, das ist kein Kratzer. Und der Guru schreibt, das schöne Eurogate, da arbeitet er bei den Laschern. Ja, Lascher ist auch ein Ausdruck. Lascher, Stividore, Hafenarbeiter. Ich glaube, Stividore ist eher ein englischsprachiger Begriff. Nein, die Bordwand sieht super aus. Alles gut. Guck, jetzt schreibt erstmal jeder hier seinen Fußballclub in den Chat. Ja komm, ein bisschen Spaß muss sein. Schreibt mal rein. Für welchen Club sympathisiert ihr? Ich zähle mit, schon zweimal Fortuna Düsseldorf, mehrfach St. Pauli. Vielleicht auch, Fußball interessiert mich gar nicht. Auch eine gültige Antwort. Ist auch gültig. SV Meppen war auch nicht schlecht. 1. FC Köln. Eisenunion. Mario Gesi. Eisenunion. Fortuna Köln. Ja. Schwarz-Gelb. BVB Hohé habe ich auch schon gesehen. Also Hertha spielt ja am Samstagabend dann gegen St. Pauli im Berliner Olympiastadion. Es gibt für die Gäste-Fans keine Tickets mehr, habe ich gehört. 15.000 St. Paulianer sind da. Ich bin morgen auch im HSV-Stadion. Ja. Gegen welchen unbekannten Verein? Ich weiß gar nicht, gegen wen die spielen morgen. Mich hat nur mein Neffe angerufen, dass er noch eine Karte hat. Beste ist hier André, CSV-Sazel. Bayern-Fans gibt es auch. Aber das Gute ist ja, dass zu Fußball jeder eine Meinung hat. Und im Zweifelsfall, dass er das in Fußball nicht interessiert. Ja, also du siehst hier, diese Fieder, doch ganz schön wendig. Das kann, das wird ein Containergesal in das Geräusch. Weil es ist so, die müssen ja, wenn sie die Container runterlassen, die müssen ja zielen. Manuell. Die haben keine, also zumindest hier noch nicht, keine elektronische Hilfe. Irgendwie eine Laser-Vermessung. Und wenn man von oben rein guckt, in diese sogenannten Bays. Die Bays sind ja diese Ladebuchten. Dann ist quasi, da gibt es so Führungsschienen. Und diese Führungsschienen, die haben oben, gehen die so ein bisschen auseinander, dass sie so leicht trichterförmig sind. Das heißt, etwas Spielraum haben die. Und da kommt es schon mal vor, dass durch die Bewegung, wenn der Container über das Schiff bewegt wird, dass der ganz leicht in Schwingungen kommt. Und dann, wenn der sich ganz leicht verdreht, manchmal denken sie sich dann, ah, bevor er jetzt sich weiterdreht, lasse ich ihn schnell runter. Und dann knallt das halt einmal, weil der dann in diesen Trichter geht und sich in die richtige Position zieht. Verstehe. Jetzt kommen super Vereine da. Mein Fußballverein ist bis jetzt noch nicht dabei gewesen. Hamburg Sea Devils, was machen die? Football? Der Guru schreibt auch, der muss es ja wissen. Er schreibt bei den Reach-Stackern. Reach-Stackern? Knallt das auch ordentlich, wenn die nicht treffen. Heißt das vielleicht so, die Reach-Stacker? Also, Guru, schreib mal bitte noch mal, was ein Reach-Stacker ist. Den Ausdruck, den habe ich nämlich ehrlich gesagt noch nicht gehört. Vielleicht sind das diese Führungsschienen. Gerrit von Horn ist wieder im Caps-Lock-Modus. Du kriegst von mir gleich eine gelbe Karte, obwohl ich das hier gar nicht vergeben habe. Caps-Lock ist wie laut schreien. Und wer schreit, hat nie recht. Nee. Das ist echt ein schönes Schiff. Also ich glaube, mit der Katharina Schäfers möchte ich mal fahren. Jetzt schauen wir mal, was sich da hinten tut. Langsam gehen Lichter an. Kommt jetzt? Ja, ein bisschen Zeit haben wir. Die Artania lässt sich noch nicht flicken. Warte noch mal 20 Sekunden. Hast du noch ein bisschen Zeit? Unser Gast wünscht sich den Beluga. Und ich glaube auch unter den Hamburg- und Schiffsfans gibt es Beluga-Fans. Ich mag ihn auch. War auch ein schönes Bild, als der hinter der Berlin Express runtergegangen ist. Das war ein Foto für die Ewigkeit. Genau. Am Dienstag? Zeitstempel hast du ja unter deinem Stream-Druck. Genau. Ich hatte es ja auch auf Instagram nochmal gepostet. Eigentlich müssten wir ihn hier so ungefähr ins Bild kriegen. Ich sage Bescheid. Es dauert noch ein paar Sekunden. Ihr könnt mit runterzählen. Also ich sage mal noch so 12 Sekunden. Das Problem ist ja dann die Stream-Verzögerung. Das witzige, der Flightradar24 hat auch eine Stream-Verzögerung und die ist ungefähr gleich. Ah, okay. Ja, wer kommt halt hier aus dieser Richtung, aus diesem Winkel ohne Vorwarnung? Ich hoffe, dass ich ... Aber so müsste ich ihn eigentlich treffen. So müsste ich ihn treffen. Ich weiß nicht, ob du noch hören musst, aber ich versuch mal raus. Man kann ihn nicht hören, weil die Musik ja in dem Ansehen da ist. Jetzt wirklich jede Sekunde. Ja, Flugzeugspitze ist ja auf dem Radar schon über die Elbe. So viel zur Verzögerung und Timing. Na, kommt aber jetzt. Ich bin super, den Belieber. Das gibt's doch nicht. Er fliegt aber noch, ne? Da kommt ja. Da ist er. Ganz tief, ganz tief. Da ist er. Wow. Aber das muss doch auch die Schiffs-Fans begeistern, oder? Das ist doch echt so cool. Sorry, aber das war's doch wert. Natürlich, das nehmen wir mit. Natürlich. Wir haben für jeden was im Programm. Das war's wert. Super. Danke, dass ihr alle so schön mitgemacht habt. Und wir machen den Turboschwenk zurück. Und gucken mal hier ein bisschen auf dieses schwarze Schiff. Die Cape Hellas. Das ist ja so. Das ist ja doch auch den Tempo. Das ist ja auch. Und das sieht dazu. Dann kommt das so aus. Man wundert sich immer wieder, dass so ein Ding fliegen kann, aber letztendlich ist es ja die Tragfläche. Also das Ding wird natürlich mehr Sprit verbrauchen als normaler. Was ist die Basis? A330 oder so? Ein Ding ist das der A330. Der wird deutlich mehr Sprit verbrauchen, denke ich mal, aber den Auftrieb erzeugt ja die Tragfläche. Das ist eine interessante Frage von Walli. Das müssen wir mal umrechnen. Wie viel Toll kann ein Beluga laden? Alexander, haut nochmal extra für den Beluga einen raus. Ich habe jetzt leider kein Horn von dem Beluga. Gute Frage, haben die Flugzeuge eigentlich Mücken, Hörner, Tonsignale in irgendeiner Form? Können die, wenn sie auf dem Rollfeld sind? Nein. Nur wenn ihr die Flugbegleiterin oder Flugbegleiter rufen möchtest, gibt es dieses Bing-Bong. Und natürlich Warngeräusche im Cockpit, aber nach außen nicht. Ja, du warst bei Umrechnen, wie viel Toll in einen Beluga passen? Also wir haben heute gesehen, dass da drei Rumpfstücke reinpassen. Das ist so eine halbe Flugzeugsektion, zweieinhalb Stück davon. Was haben die so für einen Durchmesser? Boah, das muss jemand von euch im Chat raussuchen, das weiß ich nicht. Aber in so einer Flugzeugkabine war ja man ja schon mal drin. Ja, also was wird das... Ja, und der ist dann so dick, damit ein ganzes Flugzeug da reinpasst. Genau, also wir werden je nach... also fünf Meter, fünf bis sechs Meter Durchmesser oder mehr werden die haben. Ich finde, das ist eine sehr schöne Rechenaufgabe für den Chat. Und die Artania bewegt sich. Norbert hat es rausgesucht. Sehr cool. Das heißt, wir gehen jetzt auf Artania-Position. Mal schauen, wo und wann wir sie genau entdecken werden. Der Aufgang ist schon mal angehubt worden. Interessant. Hier wird noch ein anderes Schiff erwähnt von Dirk. Das heißt, die Car... Copiapo... Copiado. 9300 Toy, 2025. Achso. Müssen wir noch ein bisschen wachen. Ja, wir werden ein bisschen... Ich dachte, kommt jetzt gleich... Ja, es kann aber sein, dass die uns noch ins Bild fährt, weil die Ankunftszeiten in den Segellisten sind immer die Zeiten, wenn sie fest sind. Das heißt, wir müssen auch immer zurückrechnen. Man muss so ungefähr eine Stunde zurückrechnen. Je nachdem, wo das Schiff hinfährt, also zu welchem Terminal. Ich habe gerade gesagt, ich muss winken, wenn die Artania kommt. Das mache ich. Sei moin, Morten, ne? Wir haben immer noch keine Winkelhände. Aber die wollten die doch bauen für uns. Auf der Preziosa. Das wurde doch versprochen. Das war doch die Wette... Matthias wollte uns Winkelhände besorgen. Das war doch der Wetteinsatz, oder? Ja. Hier kommen die Daten von der Beluga. Der Rumpfdurchmesser ist 8,80 Meter. Marcel von Darmstadt 98 Flyer hat es reingeschrieben. Höhe 18,90 Meter und Länge ist 63,10 Meter. Also wir brauchen den Rumpfdurchmesser, die 8,80 Meter. Und die Länge 63,10 Meter, wo man wahrscheinlich auch noch mal ein paar Meter abziehen muss. Man muss halt einfach mal das Volumen berechnen. Ich würde sagen, 50 Meter mal 8. Der Berliner fragt, wo liegt eigentlich die Berlin Express? Ja, wahrscheinlich hast du etwas später eingeschaltet. Das ist aber gar kein Problem, weil wir zeigen sie dir gerne mal. Denn da hinten leuchtet es langsam und von der Artania sehen wir noch nichts. Dort liegt die Berlin Express. Hier, das ist sie. Und morgen wird sie verholt. Dann kommt sie hier vorne an den sogenannten Atabasca-Kai. Und das ist der, der hier der Elbe zugewandt ist. Da wird sie getauft. Und da seht ihr, dass dort schon einige Hapag-Leut-Container stehen. Wahrscheinlich ist das eine Mischung aus Dekoration und vielleicht auch Leitsystem für Gäste. Und morgen früh um 8 soll sie verlegt werden. Da kommt mal eine Fähre. Die Linsand. Und wenn die Fähre kommt, weißt du, dass es spät ist eigentlich. Und dass du überzogen hast schon. Na ja, aber eine Stunde später, die Artania, da können wir ja mit leben. Die Preziosa, die war schon ein bisschen, die war ein bisschen auffällig. Das Frachtraumvolumen ist 2300 Kubikmeter. Ja, dann bin uber. Das schafft ein Schiff doch ein bisschen mehr. Aber ich finde, das sind so interessante Rechenspiele. Wir hatten das ja auch heute bei dir im Stream. Da hattest du ja, oder irgendeinen Zuschauer, ich glaube, der Sebastian hatte geschrieben, wie lang die Landebahn ist. Das waren, glaube ich, 3100 Meter über den Daumen. Und dann hatte ich mal ausgerechnet, da passen mal so 8 Schiffe Größe Berlin Express hintereinander drauf. Oder 42 A380, oder waren es 45? Also irgendeine 40er Zahl war das. Ich glaube, der A380 hat etwas über 70 Meter, 75, 76 Meter so um den Dreh. Also das ist schon krass, ne? Und wer das nicht mitbekommen hat, ich hatte vorhin auch noch so ein paar Zahlen zum Vergleich. Die CMA, CGM, Jacques Sardé, 400 Meter. Der Eiffelturm hat 300... Ich musste auf meinen Spickzettel gucken. Ich hatte es mir rausgeschrieben. Der Eiffelturm hat 324 Meter. Wahnsinn. Ja, wenn sich die Artania bewegt und in Steinwerder liegt, dann braucht sie auch einen kleinen Moment, weil die muss da hinten erst rausfahren. Norbert schreibt rein, sie ist mit 2,1 Knoten unterwegs. Ja, dann dauert das nicht mehr so lange. Spannend ist jetzt, ob man von hier aus schon vorher was sieht. Ach doch, Mike Harnisch hat ausgerechnet, es wären 67, 40 Fuß Container, die in einen Beluga XL theoretisch reinpassen würden. Und Nico F. hat es auch ausgerechnet. Super, vielen Dank. H.P. 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 Hagen muss natürlich noch was aus Frankfurt einwerfen, was man mit der Größe vergleichen kann. Der Frankfurter Fernmeldeturm hat 337 Meter, ist nur knapp kleiner als der Berliner. Wer hat den längsten? Der auch. Immer eine spannende Frage. Schiff, ahoi, Masse. Wir hatten vorhin ein interessantes Phänomen, da weiß ich nur, das muss ich noch rausfinden, ob das so sein kann. Plötzlich hatten wir, plötzlich gingen die Datenraten im Stream in den Keller. Und das war genau in dem Moment, als die Jax HD da vorne am Ufer entlang fuhr. Und jetzt hat jemand aus dem Chat die Theorie aufgestellt, dass da vorne irgendwo ein Sendemast steht, wo sie sich vorgeschoben hat. Das muss ich mal, es gibt ja Karten, wo man sehen kann, wo Sendemasten sind. Das wäre mal interessant, weil das hätte zeitlich, wäre das hingekommen. Wenn jemand das als App hat, wo die Sendemasten stehen, ist die Frage, ob da drüben einer ist. Weil kurz danach lief es dann auch wieder. Es kommt mehrfach jetzt die Frage, auch von der Sandra, was mit diesem weißen Schiff ist. Das ist ja in der Werft. Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Das ist ja nicht das Schiffsdesign, das ist eingepackt. Das ist ja einfach, entweder haben sie das eingepackt, damit sie da wetterunabhängig arbeiten können. Oder aber der Eigner hat tatsächlich gesagt, nee, ich will nicht, dass mein Schiff gesehen wird. Nein, Windi, ich bin nur als Gast da und meine Abreise ist auch schon bald. Wolfgang Pieper, es soll ein Geschenk sein, ist eingepackt worden. Also ich finde es schön, wenn jemand auch aus einem anderen Genre, aus einem anderen Bereich, der auch Livestreams macht, einfach mal vorbeikommt. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn man dann hier auch mal ein bisschen über Flugzeuge redet. Das bringt ein bisschen Abwechslung in die ganze Geschichte rein. Ich erinnere gerne daran, dass Paddy ja bei uns am Dienstag auch dabei war beim Flugzeugstream und uns so wunderbar ausgeholfen hat. So, da kommt noch ein Schubvorband. So, da kommt noch ein Schubvorband. Die Lichterkette da links, nee, die ist... Das ist hier, nee, das ist hier dieses... Kannst du mal hier aufs Bild gucken? Habe ich sie da drauf? Nee. Weiter rechts? Weiter rechts, weiter rechts. Weiter rechts. Wo denn? Ich dachte, du musst mal gucken. Ohne auf dem Bildschirm... Ach da, bei den zwei Kränen. Noch ein Stück weit rechts. Ah, ich sehe sie, ich sehe sie. Da ist sie. Da kommt sie. Jawohl. Da kommt sie, am toller Ort aus Steinwerder. Ja, ich kenne diese Perspektive. Ist vollkommen fremd irgendwie. Danke. Danke. Was würde ich nur ohne Tanja tun? Mal gucken, ob Morten gleich noch ein Horn raushaut. Ja, Thomas schreibt's. Tanja hat Hamburger Adler Augen. Ganz genau. So sieht das aus. Nicht wie der blinde Paddy. Also, sehr schönes Schiff. Ja, ja, ich finde auch. Also hat dir auch vorhin jemand geschrieben. Das ist... Man sieht halt... Das Alter... Im positiven Sinne sieht man dem Schiff das Alter an. Ihr fragt Windy, ob du diesen Kapitän Morten kennst oder ob der aus dem Fernsehen bekannt ist? Genau. Der Morten Hansen ist ja aus der Fernsehserie Verrückt nach Meer bekannt. Und Verrückt nach Meer wurden einige Staffeln auf diesem Schiff gedreht, auf der Atanja. Und Morten Hansen ist halt da in der Serie oft als Kapitän dabei. Und letztens, als sie ausgelaufen ist, hatten wir ihn auch schon auf der NOC erwischt. Und heute ist er wohl auch an Bord. Und Andreas hat uns das mal rausgesucht, dass laut Marine Traffic bei Blom und Voss die Radiant liegt. 110 Meter. Und das könnte das eingepackte Schiff sein. Ja, die Atanja muss jetzt einmal da die Kurve fahren, verschwindet dann hinter den Museumsschiffen. Bevor sie dann da an der Schlepperbrücke wieder rauskommt. Was ist der nächste Halt, weißt du was? Portsmouth. Ah ja, das hast du schon erzählt. Das ist Portsmouth. Wie sprechen wir das? Portsmouth? Ich würde es Portsmouth sagen. Portsmouth. Also geschrieben wird es M-O-U-T-H. T-H. Also man bräuchte Evelyn Hamann dafür, um das genauestens auszusprechen. Aber sie ist leider verstorben. Portsmouth. Kopf auf. Der Papptransit sagt, Thomas spricht es richtig aus. Also mehr wie Smith Portsmouth. Ja, der Martin ist auch noch unser Englisch-Experte. Danke für das Buch. Aber bei englischen Begriffen sage ich immer, das kommt darauf an, aus welcher Region Englands man kommt und jeder Engländer spricht das eh anders aus. So, jetzt schiebt sie sich da langsam. Aber ich mag ja solche Bilder, wenn so Sachen... Vielleicht hat er es gehört, das Horn gab es. Aber spielen sie halt da hinten am Terminal ab, wenn es dann auf die Elbe geht. Ne, das ist ja von hier aus gesehen vor den Landungsbrücken. Aber die fahren da am Cruise-Gate vorbei. Aber ich finde diese Perspektive sehr schön. Und ich muss ehrlich sagen, dass mit deiner Kamera sieht man viel, viel besser. Es macht gar keinen Sinn für uns jetzt. Also für mich jetzt so normalerweise mit dem Auge zu gucken. Und ich bin jetzt auch auf dem Bildschirm. Ich sehe mehr mit der Kamera. Das Bild ist jetzt so leicht matschig, weil wir natürlich hier echt ein paar hundert Meter überbrücken. Das ist immer noch super. Also Mario Gesi hat noch eine Info zu der Radiant. Die ist 110 Meter lang und wurde 2009 von Mürssen gebaut. Ihr aktueller Wert soll bei 300 Millionen Euro liegen. Also das Schiff im Dock. Ja, und jetzt nimmt es hier richtig Fahrt auf. Also ab jetzt geht es gerade aus. Und ich springe, mache jetzt hier gleich so einen, weiß ich nicht, einen Kusselkopf und dann nütze ich den Kapitän zum Horn. Zum Winken. Wahrscheinlich ist der schon wieder drin. Was müssen wir machen? Die stehen dann oft, wenn sie auf das Horn spielen, stehen die auf der Nock und dann haben die so grüne Winkelhände, so überdimensionale. Aber hier am Elbstrand rechnen die schon nicht mehr mit Zuschauern, weil die meisten Zuschauer halt da vorne am Dockland stehen. Das kann ja mit dem Handy Licht winken. Hatten wir auch im letzten Stream. Die Claudia und der Michael, die waren auf der Fähre und es war schon dunkel und dann haben die mit dem Handy gewunken und das war ganz schön hell. Guck mal, aus der Perspektive sieht die doch echt schön aus, oder? Super. Also von der Form? Ich finde es auch krass, dass sich Hamburg zu so einem Kreuzfahrtstandort entwickelt hat. Man war ja irgendwie klar, wenn man eben die Einrichtungen dafür baut, dass dann auch die Kundschaft dafür kommt. Aber dass das jetzt so toll angenommen wird von den Kreuzfahrtgesellschaften, ist für die Stadt doch auch wunderbar. Und da muss man natürlich auch sagen, ist halt auch die Kombination mit dem Hamburger Flughafen, was auch alles nicht so weit auseinander ist, das passt schon ganz gut zusammen. Guck mal, Kiel ist ja auch ein großer Kreuzfahrtstandort, aber hat Kiel überhaupt einen Flughafen? Da ist einer, ja. Aber in meiner Hamburg ist ja jetzt im internationalen Vergleich kein großer Flughafen, aber für sowas als Zubringer ist er natürlich groß genug. Du kannst mit allen Flugzeugtypen, die man da so braucht, dort landen. Guck mal, wie schön aus der Perspektive dieses Schiff ist. Und wie viele Leute oben stehen. Die Perspektive? Ja. Ach, toll. Also ein paar Winkelhändchen werden wir kriegen. Ich gebe mir alle Mühe. Uwe hat nochmal die Geschwindigkeit 10,9 Knoten ab. Ja, also schon flott. Das sieht man auch ganz gut, dass sie jetzt Bewegung drauf hat. Guck mal, jetzt mit dem Bojenmann. Auch ein schönes Bild. Vielleicht sollte ich mich für einen Livestream da ins Wasser stellen. Ich sollte mir so eine Schwimmplattform besorgen. Ich sage nur Pilot One. Das Angebot steht. Wie viele Packs sind drauf? Hatten wir gesagt, 3.000, ne? Wie viele Passagiere? Ich weiß gar nicht, ob da 3.000 drauf sind. Du hast es nicht gesagt? Ähm, die Info habe ich jetzt gerade nicht. Falls ihr nochmal die Infos zum Schiff habt, gerne in den Chat reinschreiben. Die Fragen kommen jetzt auch. Viele Leute kommen jetzt erst dazu. Jetzt fängt er hier an, seine Yoga-Übungen vor der Kamera zu machen. Ich wollte mal gerade auf die Nock gehen. Guck mal, hier stehen die normalerweise. Die Nock ist ja dieser Ausleger an der Brücke. Aber da ist schon keiner mehr. Ich habe gerade gemerkt, dass ich das Liken vergessen habe. Erstmal ein Liken. Ich war der 466. Ah, guck mal, bei Dunkelheit so ein bisschen beleuchtet ist schon schön. Ah, da kommt der Mond. Und der Mond im Hintergrund. Jetzt wird es aber ganz romantisch. Also Eis, aber kaum zu sehen. Normalerweise packen manche Zuschauer auch ihr Winkelhändchen an der Stelle raus. Aber jetzt müsst ihr euer Winkel-Handy-Licht, wie ihr das jetzt emoji-mäßig darstellen möchtet, weiß ich im Chat nicht. Ich kann ja mal die Emoji-Wall anschmeißen, dann könnt ihr ein paar Emojis im Chat raushauen. Ich winke jetzt mal mit dem Licht. Ich weiß nicht. Oh, man. Oh. Ganz schön flott jetzt. Schön, wie Thomas hier am Winken ist mit seinem Licht. Hinten sind auch schon die Rücklichter an. Ist da ein Disco-Bereich? Nee, also auf Kreuzfahrtschiffen ist ja klassischerweise hinten im Heck der Puff. Pff, was? Ist das nicht diese Traumschiff-Möwe, die da hinten drauf ist? Nee, Traumschiff ist ein anderes. Das ist Phönixreisen. Das könnte ja mal wenigstens eine Person mit ihrem Handylicht zurückwinken. Ah, Andreas schreibt es aber nochmal. Das Traumschiff ist auch ein Schiff von Phönixreisen. Ah, okay. Gute Info. Dann kann das gut sein, dass auf dem Traumschiff ein ähnliches Logo ist. Da bin ich jetzt nicht so im Thema. Das hast du oft in Berlin, du bist irgendwo und da ist dann irgendwie noch so ein Schild irgendwo an der Wand und dann fragst du dich, wie kommt das Schild denn jetzt hin? Dann sagt jemand, ja das war eine Filmkulisse letztens und hängt noch da. Da hat die Filmgesellschaft nicht abgebaut. Guck, wieder was gelernt. Die Armada ist das aktuelle Traumschiff. Und Andreas schreibt noch, ist das neue Traumschiff? Ja, also ich glaube die letzte Traumschiff-Folge, die ich gesehen habe, war Ende der 80er. Da war auf jeden Fall Sascha Hehn noch der Steward. Ohne Sascha Hehn gucken wir nicht, liebe Traumschiff-Kuh. War Sascha Hehn nicht zwischendurch auch mal Kapitän? Der ist auch Captain, ja. Der war mal, nee das ist doch Florian Silbereisen jetzt. Florian Silbereisen. Dazu sag ich nichts. Der ist auch gut, Fotokunst, Rostholz, Stein habe ich verstanden. Aber bei den Namen kommt man durcheinander, Amadea, Athania, alles mit A irgendwie. Das machen Rädereien ja ganz gerne, dass sie gleiche Anfangsschiffstaben benutzen. Ein bisschen mehr Differenz wäre schon schön. Mein Schiff 1, 2 und 3 ist für mich dann einfacher. Aber jetzt kommt die Commodore noch mit ein bisschen Festbeleuchtung von hinten rein. Ja, aber geht sich mit dem Licht ganz schön aus, finde ich. Super. Blaue Stunde. Definitiv. Seit Folge 93 auf Mauritius im Jahr 2022 ist die Athania auch Drehort für die ZDF-Serie. Das Traumschiff hat Andreas Bröde bei Wikipedia nachgeschaut. Ja, der Lotse geht dann auch mal von Bord, beziehungsweise der Hafenlotse geht von Bord. Der See der Elblotse wird wahrscheinlich schon an Bord sein und wird sie dann raus auf die Nordseele gleiten. Drehort auf die Uhr. Die Thäuser zusammen mit den Saale anziehen und nämlich an Bord. Läuf Heights geht dann ab. Läuf Nachts... Wurscht. Drehort. Drehort. Der Erholf. Sudden wird alle Einheiten vor, die Stadt der Bauchseile beobacht. Wurscht. Das Hintergrompensiert ist eine ähnliche Musik. Drehort. Drehort. Wurscht. Drehort. Wurscht. Drehort. Drehort. Was da jetzt als heller Fleck kommt, das ist die Commodore Fahrgastschiff von Backassen-Meyer. Die macht noch mal ein bisschen Extra-Beleuchtung. Hast du die extra bestellt? Nee. Für die Extra-Beleuchtung? Wolfgang möchte von dem Gast wissen, ob es stimmt, dass der Beluga kaum noch Zulassung hat. Mit Gast bist du gemeint. Sorry, die Frage habe ich vorhin schon gesehen, Wolfgang, da habe ich vergessen zu antworten. Wüsste ich es nicht. Der ist auch gleich weg hinter dieser Wolke. Ich möchte lieber auf dem Schiff bleiben. Das ist so schön gerade beleuchtet. Gerade ein tolles Bild. Gerrit möchte von Tanja wissen, ob Niklas noch zu sehen ist. Also ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Hast du ihn irgendwo rumfahren sehen? Vielleicht hat er schon Feierabend und Urlaub. Vielleicht hat er auch die Fähre gewechselt. Aber nachts sehen ja auch alles gern gleich aus. Das stimmt. Schön ist auch, dass Gerrit schreibt, Niklas soll zum Stream kommen. Wir warten mit der Kiezmische. Da frage ich mich, wo Gerrit mit der Kiezmische ist. Ich denke, 400 Kilometer entfernt. Niklas hat Urlaub, hat er beim letzten Mal im Chat geschrieben. Nee, heute war sein letzter Tag. Also wir haben Niklas vorhin noch gesehen und er hat jetzt kurz im Chat geschrieben, dass er heute letzter Tag spät schickt. Also wir haben ihn vorhin zwei, dreimal gesehen. Ja, ist lustig, wie sich so gewisse Protagonisten im Hafen dann herauskristallisieren, die man immer wieder sieht, wo man dann doch mal Kontakt bekommt und so. Ich finde das klasse. Das ist ja nächste Woche, nee, am 4.10. gehe ich, am 4.10. werde ich nicht streamen, weil da gehe ich auf das Lotsen-Stationsschiff auf der Weser und bleib da ein paar Tage. Dann machst du dann später einen Post-Production-Film raus oder was machst du? Wahrscheinlich, weil ich glaube, für einen Stream wird es da mit einem Empfang nicht reichen. Die wollten auch auf Starlink umrüsten, ich weiß aber nicht, ob die das schon gemacht haben. Also da wird wieder ein paar Tage Sendepause sein, das kann ich schon mal ankündigen. Aber wir werden das Wetter und zeigtechnisch mal mit dem Dock im Auge behalten. Aber ich will nichts versprechen. Das war Montag oder was meinst du? Nee, ich glaube Sonntag. Es wäre doch schön, wenn hier irgendeiner ist, der sowas weiß. Das wäre ja also so richtig Bescheid weiß. Nee, der Basti hatte das doch geschrieben, der hatte ja irgendwie was von, glaube ich, 17 oder 18 Uhr geschrieben am Sonntag. Also der Basti von Cruisechips Germany, der kennt sich eigentlich rund um Kreuzfahrtschiffe ganz gut aus. Der steckt da auch ein bisschen in dieser Szene drin. Den kaufe ich das mal ab. Dann würde ich mal sagen, Basti bleibt am Ball, ne? Mit Standleitung. Ja, wir gucken mal. Was ist denn das lautes? Ja, das ist irgendwas bei Airbus. Irgendwas bei Airbus zündet da gerade die Triebwerke. Ja, ist gelandet oder gestartet? Die Triebwerke. Da fährt sie dahin. In den Sonnenuntergang, wie schön. Gleich ist es weg. Gleich ist es weg. Und ich hoffe nicht, irgendeiner der Zuschauer hat jetzt noch was anderes auf dem Schirm oder irgendwas gesehen, was kommt. So ein 500 Meter Containerschiff war noch nie in Hamburg. Müssen wir noch bleiben. Wenn es das geben würde. Da fährt sie dahin. Aber wir können gleich noch mal rüber zum Eurogate, wo jetzt die CMA CGM beladen wird. Das ist nämlich jetzt sehr schön vom Licht her. Ah, hier schreibt gerade jemand, Beluga startet. Ja, es hörte sich so an, aber der startet wahrscheinlich. Ja, aber der fliegt da. Siehst du doch, das klingt da oben, ja. Ja. Da ist sie verschwunden. So, und wir gehen noch mal rüber zum Terminal. Wir zeigen euch da noch mal ein bisschen die Lichter. Eine interessante Frage im Chat. Wie werden die Glühbirnen bei der Lichterkette der Artania gewechselt? Ich nehme an, dass sie die einfach abnehmen. Fertig. Werden sie aushängen können. Ja, guck mal, das ist doch jetzt schön, oder? Mit der Spiegelung. Das ist richtig schön. Was für ein schönes Schlussbild. Wo ist denn Thomas jetzt hin? Ja, der ist irgendwie verschwunden. Ich hoffe nicht, dass er in die Elbe gefallen ist. Der ist bestimmt auf Toilette. Ja, da müssen wir wohl noch einen Augenblick warten, oder? Ja, das müssen wir noch machen, fairerweise. Aber ich weiß gar nicht, wohin der verschwunden ist. Also können wir hier schauen. Da wird mittlerweile geladen. Das mag ich total gerne. Blaue Stunde, Lichter im Hafen. Mehr geht nicht. Das mag ich total auch machen. Ich würde dich. Wollte es irgendwie abnehmen. Es kommt einem irgendwie schon so irre spät vor. Aber es ist nicht so spät, weil es nicht viel dunkel wird. Die Berlin Express von hier ist nicht so schön zu sehen. Aber wenn sie dann verlegt wird ... Dann werde ich zumindest noch mal gucken, dass ich ein paar Fotos mache. Ist das denn überhaupt so ... Ist das schon hell dann morgens, wenn die fährt? Um 8 Uhr soll das morgen früh sein. Hat das noch nicht was von 7 gesagt? Aber es soll regnen morgen. Und wir hatten ja einen sehr schönen Stream mit der Berlin Express. Das stimmt. Ja, und niemand weiß, wo Thomas hin ist. Er hat nur gesagt, er will das Mikro mal kurz übernehmen können. Dann muss man weg. Ja, die hat das Mikro in die Hand gedrückt und war weg. Ja. 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 Schön. Ist morgen, ne? Mhm. Ja, Regen. Ja. Und Gerrit möchte wissen, ob ich wusste, dass Matthias Mohr in Hamburg derzeit irgendein Office macht. Nee. Woher? Also ich würde Thomas ja gerne noch die Chance geben, einmal Tschüss zu sagen hier im Stream. Denn ansonsten sind wir eigentlich durch. Keiner weiß, wo er hin ist. Vielleicht können wir ja doch mal auf den Mond gehen, aber es ist sehr diffus. Der ist sehr diffus hinter den Wolken. Ich habe auch nicht gesehen, ob er so Richtung Strandperle gegangen ist. Ach nee, guck mal. Kommt er? Da ist er ja wieder. Da ist er wieder. Wir hatten gerade eine Vermisstenmeldung rausgegeben. Ja, ich muss mal kurz. Ja, da ist der Mond leider nicht ganz so schön zu sehen. Aber ich finde, wenn wir mal rauszoomen und ihn so als Lichtfleck so ein bisschen über den Hafen nehmen, so, dann haben wir doch eigentlich ein ganz schönes Schlussbild. Ja, wir haben extra noch mal gewartet, weil wir dachten uns kurz Tschüss sagen, die Chance wollen wir dir noch geben. Nicht wegen mir, aber das ist aber sehr nett für euch. Ja. Wirklich finde ich es sehr freundlich von euch. Ja, empfangen und behandelt. So toll, dass du auch bei uns warst und bei den Flugzeugen. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hoffentlich sehen wir uns bald, bald wieder bei gleicher ähnlicher Gelegenheit. Und nochmal danke für die Kiezwischung. Thomas, vielen Dank an dich. Natürlich auch vielen Dank an euch alle fürs Zuschauen. Ihr wisst, für uns ist das Größte, wenn ihr einschaltet und einfach dabei seid, auch wenn ihr ein bisschen aktiv im Chat mit dabei seid. Das freut uns immer ganz besonders gerne. Ja, und ihr wisst, die Frage, wann der nächste Stream ist, können wir nie beantworten, denn es ist immer wetterabhängig, zeitabhängig, ereignisabhängig. Deshalb müsst ihr so ein bisschen die Kanäle verfolgen. Am besten YouTube abonnieren und den ganzen Glockenklaradarch aktivieren oder einfach mal auf Instagram schauen. Da posten wir es dann auch in den allermeisten Fällen. In diesem Sinne, Schatz, möchtest du auch noch was sagen? Ja, tschüss, ne? Sag mal tschüss, würde ich sagen, ne? Willst du noch einen singen? Nee, das musst du erst mal drei Pickelöchen trinken. Dann kann ich das machen. Also kein Abschlusssong. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.